Hallo und herzlich willkommen zurück Zu einer weiteren Folge Dark Souls Ich bedanke mich fürs Einschalten Wir fangen direkt an mit irgendeinem flinken Boss und so ein Ritter Aufnahmen habe ich an, danke Jamon Und weil das ein Ritter ist Gegen den ich jetzt antrete Hallo, Herr Hennor aus dem Studio, ich bräuchte einmal bitte einen Ritterhelm Over Werde ich jetzt einen Ritterhelm aufziehen? 15 Minuten Waren 15, ne? Den Fluch noch mal links neben dir in der Box Over Danke, over 18 Tote Das habe ich ja vermisst Aber hat doch was So Freunde 18, true 18 ist true Zack Ich habe jetzt keinen Sound Aber das passt Äh, Timer Timer Na Jetzt erkennt mein Handy mich nicht Ähm Timer 15 Minuten Let's go Danke, Shadow Wisse Toaster Wisse Toaster Ich werde jetzt nicht mehr auf Subs eingehen Weil jetzt wird Hardcore gezockt Ich bedanke mich trotzdem viermal für euren Support Ist einfach nur heftig Dankeschön Schöne 50er, ne? Hammer, Hammer Das prasselt die Averenz in 10 So, tschüss So Oh, ich seh nix Okay Also, Leute Ja, das war ja ein krasser Boss, ne? Mensch Ich hab ja jetzt auch keinen Sound Aber ist ja egal So Sind die beiden Nee Oh Hä, kommen die jetzt? Ist die langgesteppt? Da Okay Okay, wir machen's wie Wir machen's wie Letztes Mal Fuck Shit Mann Oh, Scheiße, Dinger Schnell hinsetzen Schnell hinsetzen Schnell laufen Oh, Glück Okay Okay, das muss besser laufen Nee, aber das kann problematisch werden Zwei auf einmal ist echt heftig Ist das VR Haltet bitte eure Fresse Einmal Was sind die aktuellen Bestrafungen? Das ist immer eine Überraschung Na gut So Das ist echt so ein I can't Moment, glaube ich Ist das VR Ja By the way Nur mal so reingeworfen Du hast gerade keine Glut an Oh ja, danke So, jetzt Fuck 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 Oh Oh Ah ja, das So Weiter geht's Oh, der ist tot Krass Äh, hat der wen mitgenommen? Ja So, jetzt du Guck mal her Oh, wo ist mein Schild? Quatsch Schild auf den Rücken So, okay Also Oh, der hat sein Schwert getroppt Finster Schwert Ist das Oh, den kann ich ablegen By the way Finster Schwert Okay 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 C und D Das ist ein gerades Schwert Also kein Mach ich mal Aha Okay Also wie ein Langschwert quasi Ah, so einer Okay Ja Gut Cool Fertigkeit stampfen Nutzt das Körpergewicht für einen Vorwärtsschritt In niedriger Haltung Erhöht die Balance Und führt einen schweren Angriff Ah, okay Dann werde ich nicht interrupted Ist cool Gut Schwert ballert Na gut Aber ich hab ja schon ehens Also Ja, die beiden muss ich jetzt noch weg machen Ich hab ein bisschen Schiss Dass der hier dann getriggert wird Zum Beispiel Yeah Und der da hinten eigentlich auch Aber wird schon Passt schon So Wie machen wir das? Ich will die eigentlich nicht beide triggern Oh Ich will eigentlich Aber Möglichkeit Kein Leben verlieren Ne? Für den Bossfight halt Das heißt Schön konzentriert jetzt Die Outplay Schön Oh Und kleine Titanitscherbe Nice Okay Also Der Boss Ähm Ja, hab ich jetzt noch gar nicht drüber geredet Also wir haben den letzten Stream am Ende ja einmal getriet Ähm Mein Eindruck war Also Der generell Der hat nicht viel Poise Man kann den gut staggern Genau Glut Und Da joinen in Phase 1 einfach andere Ritter Die irgendwie mitkämpfen Und Äh Dann denke ich mir Jo Sollen die halt kämpfen Wisst ihr? Und Naja Und Phase 2 glaube ich Habe ich gestern schon gut analysiert So Let's go Oh Was ist das denn? Oh Ah, shit. Okay, wenn jetzt einfach mal weg ist, und warte, bis ich auf den Gegensatz zu erreichen. Falls das passiert. Scheiße, wer war der echte? Guck mal, ist jetzt noch einer? Okay, die schwere Attacke ist sie. Oh, shit. Oh, fuck. Fuck. Ja, 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 ja. Oh, fuck. Oh. Oh, man. Oh man, jetzt hab ich nur zwei Tränke. Das ist so bad. Okay, also manche greifen ihn nicht an und manche halten ihn nicht an. Ich hab nur noch nicht... Warte mal, da ist es noch nie. Hä? Ich check's nicht. Wann reichen die sich an und wann nicht? Aber ich warte safe wieder, bis hier eine aufsteht. Und dann ist mein Schand, weil die, 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 die... Das ist so jetzt. Weil jetzt müssen die, glaube ich, beide anstelle von mir prozessieren. Okay, jetzt nächste Phase. Und jetzt hab ich nur ein Getränk. Das ist scheiße. Das schaff ich nicht, glaube ich. Okay, ich halt jetzt die Fresse, weil ich mich konzentrieren muss. Wie kann der daneben hauen, Alter? Ich kann das. Das ist scheiße. Was ist das? Was ist das? Okay, aber Ich glaube Ich glaube, da kommen wir ran Also wenn ich in der ersten Phase Das besser spiele, ist es übel winnable Ich glaube, es war ein guter Try Also, mir sind einfach die Ressourcen ausgegangen Okay, Leute So Let's go Und mit Helm ist auch wirklich anstrengend Also, also Die Nummer 13 Sieben Plastik Handschuhe Übereinander anziehen Für eine halbe Stunde Wer hat sich das denn ausgedacht? Digga, ich bin im Bossfight Okay, ich sehe das Walkie Talkie nicht Achso Hier ist seine Kiste Okay, Leute Jetzt wird's langsam verflucht Ach du Scheiße Jetzt decken die Bestrafungen Das kann richtig böse enden Das hatte ich schon mal in Daxo 2 Wo eine Bestrafung Zunächst geführt hat Und die dann richtig Eklig gesteckt haben Sieben Warum denn sieben? Wie kommt man auf sieben? Zwei Äh, ist das eklig, Alter Zwei Drei Äh Ich sehe halt auch vor Ort Ist jetzt was runtergefallen Vier Vier Fünf Scheiße Oh, Digga Sechs Sieben Okay, Leute Der nächste Try ist nicht winnable Der nächste Try ist nicht winnable Eins Zwei Übrigens Please Don't try this Drei Scheiße Vier Oh Mann, ey Fünf Boah Sechs Boah Ist das ekelhaft auch Wirklich Ist richtig eklig Sechs Glaub ich Äh Sieben, Digga Halbe Stunde Halbe Stunde Halbe Stunde Halbe Stunde Ich kann mir Ich kann mir nicht Ich kann mir nicht einen Timer stellen Ich Der registriert meine Hände nicht Und mein Gesicht nicht Mann Okay, wie viel Uhr haben wir? 18 Uhr 25 Das ist nicht winnable Nicht anfassen, der ist steril Junge Das ist nicht Ich krieg's nicht aus Ich hab's geschafft Okay Ähm, so 19 Tode Okay So Jetzt hab ich auch wieder Sound Digga Todeskombo Ich setz mich jetzt mal hin Bin völlig außer Atem Alter Schöne Dönerbox Danke Danke Hä, und jetzt? Was mach ich denn jetzt? Jetzt kann ich ja auch nicht essen Weil das ist ja dann Zeitspiel Och, ist das alles kacke Okay Brille Brille, Brille, Brille Gratis Level jetzt Ja, guck mal Guck mal Wir gehen jetzt erst mal Oh Gott Wir gehen jetzt erst mal Zum Feuerbrandschrein, Digga Streamer Alltag Ja Genau Free Level Und nutze ich mal die Zeit, ne? Bis 18.55 Uhr Oh, jetzt riecht das hier so geil Ähm Stärke So, dann können wir es jetzt Kann ich ihn Parry Oh, shit 216 Okay Gut Das ist kein Zeitspiel Das hätte ich jetzt so oder so gemacht Aber Oh Mann, ist das scheiße Deine Hände saften bestimmt gut grad Wie war das? Ach, scheiße, Mann Ich hab ne Idee Danke Guter Hinweis Estus ändern Dann hab ich zwei mehr Dann wär das eben winnable gewesen Easy Dann wär das eben For real easy gewesen Oh ja Gut Dann, äh Warte mal Ich könnte jetzt Siri Nee, das ist bei mir alles nicht eingerichtet Komm, scheiß drauf Wir machen jetzt diesen scheiß Boss Noch ein Level? Du kannst den Boss auch backstabben Boah, das ist aber, glaub ich, ultra schwer Ich würd lieber mit R2 arbeiten Really? Oh mein Gott Okay, was leveln wir jetzt? Glaube, ne? Boah, guck mal 5 Damage mehr Geil Ja, Abfahrt Für jeden Tod ein Level Ich dachte, alle drei Tode Okay Ähm So, dann müsste ich jetzt insgesamt da 5 mal gelevelt haben Kann das hinkommen? Weil dann geht ja seine Quest irgendwie weiter Maximal 5 Alle zwei Tode Ja, Schrödinger, Digga Okay, Abfahrt Reisen Ich hab Also wenn ich so den Boss schaffe Meine Hände Das ist so krass gespannt Ich kann kaum Meine Hand Also die Finger gehen Aber so Die Hand Also das ist Man greift ja um den Controller rum Das ist Und es ist glitschig Digga Wenn ich das schaffe Will ich in Orden Blut, richtig Blut mach ich aber, wenn ich mich hochgefightet hab Dann spare ich Tränke Das ist echt gutes Training Das ist wie so, wenn Rock Lee Da die übelsten, äh, Gewichte hat Oh Gott, die kriegen ihn nicht anvisiert Fuck Ist nicht schlimm Ist nicht schlimm So Oh, der macht die Oder? Schön Ja, probier mal Sehr gut Geh weiter hoch Mach die da oben Oh, der macht den rechts Okay Oh, alter Okay Okay Aber die beiden Gegen die beiden Wird er glaube ich nicht ankommen Drop Ach ja, ja, diese Scheiße Die braucht halt niemand So, jetzt geht Jetzt chillt der da hoch, alter Drop is dropped Kann man auch verkaufen Wer den, äh, Augapfel Den gebrossenen Augapfel Nicht ehrt Oh Oh, jetzt machen die aber auch Damage Oh, das wird eng Schön Schön Digga, ich krieg die Taste nicht gedrückt Aua, Mann Ey, es tut richtig weh am Daumen Den die ganze Zeit so anspannen zu müssen Ist das scheiße Es ist so glitschig Okay Also Fighten Aber vor allem Fighten, wenn da einer mit Also spawn zwei Ritter Und der eine ist feindlich Ich check noch nicht welcher Oh, das ist gut Fuck Okay, vierer Combo Drei Uh Jetzt laufen wir einfach weg Oder? Mach mit dem Geil Clean So Jetzt müsste ja Der nächste Ritter ist glaube ich feindlich Für ihn Seelen einsammeln wäre ganz gut Da Guck mal, der hat rote Augen Okay Time Alter, meine Hände Seelen einsammeln Okay Wenn er jumpt Ja Nee, jetzt Followed up der Zack Ah, fuck Okay Entspann Wir haben zehn Leben Don't worry, Alter Be happy Okay Das wär gut Okay Das wär gut Scheiße Ja Richtig Ja Ja Ich bin eingeengt Okay Ah, fuck Okay Ich halte die Fresse Ja Oh, fuck Ah, war nicht Wolf Ah, doch Ah, da zieht der Feuer hinterher Schön Schön Oh Oh Push dich Zu easy Fuck Okay Manchmal macht er nur zwei Das wär's gewesen Schade Wir bleiben entspannt Das wär's auch Ja Komm, mach es Mach es Ja Trau dich Trau dich Push dich Fuck Oh, jetzt hab ich aus Versehen zwei genommen Aber ist egal At this point Und weg Oh, es war greedy Es war greedy Wieder greedy Okay, wir entspannen uns Wir entspannen Entspannen Ja Ja Die gerne fürsten Das war ein Fürst Fürsten Asche Vielleicht soll ich es nur noch mit Latex Handschuhen 30.000 Ah ne, ich hab bei welcher aufgesammelt Okay, Leute Wir haben jetzt zwölf Minuten die Handschuhe an Ich Ich würde jetzt gern essen Aber die jetzt allein auszuziehen Dann wieder anzuziehen Okay, ich zieh einfach durch Latex Buff Ja Okay, hier ist ein Feuer Also dritter Try Okay Damit kann ich leben 4.000 Punkte verloren Nice Okay Ich geh jetzt erstmal Natürlich zum Feuerbanschrein Feuerbrand Nicht Feuerband Right 10k gewonnen Ey Grüße gehen raus an alle Believer Bin ich ehrlich Ähm Ich glaube da hätte ich gegen mich gesetzt Wärs er Das ist Eigon Oder? Jetzt nimmt er sie mit Oder? Was bist du mit diesem Zirkus? Dieses Sesspool Of doddering old folk Und Degenerates Ey Können wir besser Sie muss hier perfekt fit in Okay, Digga Hugo Evan Balder Jo Das ist er Genial daneben Hä Und jetzt Dann Fürstenasche Was ist es? Kriegen wir seine Feuerflammen Schwert, Digga Das wäre insane So, da ist Opi Ja Großschwert des Wolfsritters Das Großschwert eines Ritters Der von der Finsternis des Abgrunds befleckt wurde Und Meister der Wolfsbluts von Pharaon ist Der Wolfsritter war der erste der Wächter des Abgrunds Und sein Schwert hat mehr Macht über die Kreaturen des Abgrunds Boss gekillt, Strafe vorbei Ach, true Genau, nee Also YouTube hat gesagt Sie fänden es geil Wenn Wenn ich einen Boss besiege Ähm Ich von der Strafe erlöst bin Ein anderer Vorschlag war Der Chat stimmt ab Ob ich von der Strafe erlöst bin Der dritte Vorschlag war Ich hab die Wahl nochmal neu zu drehen Und die Strafe zu ersetzen Also quasi ein Re-Roll Aber bei einem Re-Roll Ich weiß nicht Ähm Jetzt läuft die Strafe schon eine Weile Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist es Na gut, aber ich kann es mir ja Also viele sind für drei Wollen wir mal eine Abstimmung zwischen Okay, keiner will zwei Keiner will abstimmen Deswegen stimmen wir jetzt zwischen eins und drei ab Bitte eine Abstimmung Wer ist dafür, dass Ich mir es verdient habe Die Strafe Dass sie dann vorbei ist Andere Option Ich dürfte selber entscheiden Ob ich Re-Rollen möchte Ist ein Mod hier? Da So Abstimmung läuft Geht da bitte rein 61% Bislang für Aufhebung der Strafe 39% Für Re-Roll 38% Für Re-Roll 39% Also ein Okay Es sieht danach aus Als ob sogar zwei Drittel Juhu, die wären regierungsfähig Ähm Für Aufhebung der Strafe ist Und finde ich Finde ich Ja, ich meine Ich beschwere mich nicht Aber Also Von außen betrachtet Ja, vielleicht habe ich es verdient Auch at this point Okay Abstimmung Ist quasi over 61% Dann ziehe ich die jetzt aus Das muss jetzt nicht in Stein gemeißelt sein Will ich direkt sagen, ne Wenn wir irgendwie merken Ne, das ist Kacke Im Long Run Dann können wir das auch noch anpassen Oh, dicker I, alter Boah Oh Oh Gott I Ich wasche mir einmal die Finger Ja Also Für 10.000 Fertigkeit Schwert des Wolfs Wird in der Rechten gehalten Wird in der Rechten gehalten Diese einzigartige Technik Gleich der von Pharaons untoten Legion Und verwirrt den Gegner Fertigkeit Parieren Kann mit gutem Timing Angriffe abwehren Und mit einem kritischen Treffer Durch den Deutsch Kontern Ultra Großschwert Und das ist nur ein Großschwert 12,5 Gewicht 11,5 Keine FP kosten Das Okay Ich wollte ja parieren Das rechte für null Okay Ich esse erstmal was Und dann Brainstormen wir Ein bisschen So Leute Ich könnte jetzt mal Eine schöne Dönerbox Hier ballern Jetzt erstmal was essen Äh Kann ich irgendwie Raustappen Und dann ist der Sound weg Geil Vielleicht schauen wir uns Wieder was an Wie hieß der Boss? Oder wie heißen die Bosswaffen auf Englisch? Dann können wir uns mal Moveset oder so angucken Abysswatcher How to defeat How to defeat Bossfight Swords How to perform Unused Farron Greatsword Weapon Art Und apply Firebuff Und apply Firebuff Let's go Ja Aber der hat ja gar kein Durchdrauschen Hm Warum hat der einen Bogen in den Hand? Weil es einhändig ist Glitch Ich habe actually nicht darauf geachtet Was da steht Ich habe einfach nur Ich dachte jetzt gibt es einfach Eine Moveset Übersicht You can buff Farron Greatsword With fire Using a weapon art swap Unequip the ball Use firelink Ja aber ich will glaube ich Jetzt nicht irgendwie Irgendeinen Glitch nutzen Den es vielleicht auch gar nicht mehr gibt Hat es viele I-Frames Für einen Konter? Der hat den Digga, das war ja geil Basically so wie meins grad Schade, ich mag den Stich besser Äh, mehr Oh, geil Roller Light Attack ist nice Hm Was mit der Moment so die Oder die Oder die Oder welche ist jetzt komisch Ach, er Ah Ja, ist so voll nah frontal, ne Der ist so in einen rein Der sollte einfach von hin zeigen, wie man So ein Ingame hat Warte Das ist normale R1 L1, okay What the fuck, alter Ah, Light Attack, Left Hander, steht so Two-Handed, Backstab, Light Attack Oh, cool you can switch your target lock to change focus of your attacks das heißt jetzt wird schon am ersten hier und der zweite also 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 kann ich die infusen ne ne bosswaffen ja generell nicht glaube ich ja dann also hands down nice to have aber kann ich nicht buffen und nicht infusen und scaling geht dann nicht auf glaube deswegen was bringt es mir also klar ich könnte respekten aber also ist schon also don't get me wrong insane unikes übel geiles moveset oder sag mal movement set aber ja also es geht dann nicht auf glaube deswegen ich glaube ich würde die seele poppen was bringt die ich muss die verballern 20.000 also jetzt nur weil das cool ist das moveset diese waffe holen die man eh nie verwenden wird weil man auf glaube geht klar ich könnte jetzt auch an die zukunft denken und keine ahnung nach dem projekt spiele ich mit dem spielstern vielleicht weiter und respect dann nochmal und so aber dann hole ich mir die im zweiten run was sagen sorry es tut mir selber weh aber die ist jetzt weg. Aber wir haben halt 50, 51.000 Seelen. Ja, wir brauchen halt nur einen fucking Astora Greatsword und dann wird sich das Glaubensscaling auf S verändern. Das ist halt crazy. Das machen wir wieder so. Gut, dann sind wir hier done. So, ich hab einen Boss besiegt. Hat sich hier jetzt irgendwas verändert? Nee. Aber ich könnte Pfeile kaufen? Ich könnte mir jetzt ein geiles Parry-Schild holen. Ich könnte mir jetzt ein geiles Parry-Schild holen, weil das Graswappenschild ist zwar gut, aber ja, die Ausdaueregeneration ist gut, klar. Aber ich hab das Gefühl, in Dark Souls 3 ist das eh nicht so schlimm wie in Dark Souls 1 oder 2 mit der Basic Ausdaueregeneration. Du hast sowas Kestus. Hab ich? Hm. Okay, dann kaufe ich Pfeile. Nehmen wir mal die. Die reichen vollkommen aus. Goodbye. Oh, das. Na, öffne dich. 99, okay. True, den Talisman kaufen? Danke. Was ist hier los? Digga, was ist hier los? Wer bist du denn? Oh, Prithi. Bist du gut Jules, Master? Ich bin Yuria of Londor, ein nahes Freund von seinem. Dank dir Jules' Sein ist erredeemt. Lass mich, meine Gratitude in seinem Stad. Hä, hat die den umgebracht? Ich bin Fürst? Digga, die hat den einfach abgelöst. Warum ist das so abgekürzt? Red? Was redt? Reden? Redundant? Untuten, äh, Digga, Untuten, Untotenfluchsteigerung und hebt Aushöhlung auf. Reduziert, danke, Reduziert Untotenfluchsteigerung. Was ist das schon wieder für ein Wort? Also reduziert Fluchaufbau, ja? Und hebt Aushöhlung auf. Aha. So, hier ist ein Buch. Wunder von Londor lernen. Finsterhand. Descaling Glaube. Digga, ja, ich ziehe mal Rüstung spät aus. Eine Waffe, die eine einzigartige Kunst aus Londor... Das ist eine Waffe. Die Finsterhand entzieht ihren Opfern ihre Lebensessenz. Sie kann auch als Schild verwendet werden. Ah, das ist das, was diese komischen Finsternisritter machen, ne? Mhm. Illusionsring. Bewahrt als Hülle ein menschliches Aussehen. Cool. Mystischer Ring. Träger erleidet bei seinem Tod keine Verlust... Ah, okay. Nimmt das Erscheinungsbild eines Phantoms an. Okay, also das so für... Bates, BVP und so. Schau mal ein Klima. So. Äh... Kaufe ich das? Folien von Londor geschrieben in Blindenschrift, die zum ersten Mal von Lian in der Schwarzen Kirche gelesen wurde. Gib ihn einem Geschichtenerzähler, um die Wunder von Londor zu erlernen. Okay. Soll das einem Geschichtenerzähler geben? Wer ist denn Gesch... Die Oma! Sprechen. Oh, gut Hollow. I'm afraid I must say... Orbeck of Vindheim is a cause of much constellation. He proclaimeth himself Lord of Hollows. Sehr Orbeck, Digga. If left alone... Can you backpack? You may one day imperil thy rule. Fall to this matter yearly, else we are. Unravelled. Decisiveness. Is the mark of a true monarch. Orbeck of Vindheim is a cause of... If left alone... Fall. Till we meet again. Okay. Der ist abgekackt. Orbeck. Wer ist Orbeck? Das ist Gairad oder so? Oben ist André. Ist das... Dings? Orbeck. It is folly to claim, no matter the victim's stature, every killing. As a consequence, even as I bloodied my hands, I never realized this symbol is true. Mhm. Hier sind noch ein paar neue Sachen, oder? Nee. Okay. So. Dann... Feuertü. Ah, there I am. Jut. Pyromantie erlernen. Oh, nichts Neues. Jut. Dann. Irina. Die ist noch da. Orbeck, band hinweg. Oh, Champion of Ash. Do you wish to hear a tale? You only have to ask. Sie ist eine Geschichtenerzählerin. Oh, mach ich das? I guess. Oh, what's this? Champion of Ash, this divine tome is forbidden. Oh. Oh. These are dark tales of things that lurk deep within men. Ja, dann erzähl nicht. Komm. Ja, du musst auch nicht. Du musst nicht. Okay. Ist ja alles gut. Ich hab... Ich hab... Ich musste nichts erzählen, Digga. Segnet Leichen und verwandelt Seen fallen. Ja, skaliert auf... Auf Glaube. Ja. Ach so, ja. Also, das sind diese bösen Wunder, wenn man auf Dunkelheit ginge. Mach ich aber nicht. So, ich würd jetzt mal die helle Scheiße von ihr kaufen, oder? Dann hab ich das alles. Aber brauch ich das? Ja, ey, komm. Dann haben wir's. Ich hab gerade echt genug. Auch wenn's eigentlich nicht gut ist. So. Alles gekauft von dir. Durch mein... Danke. So, ich sag ihr jetzt nicht, sie soll reden, weil dann erzählt sie die... dunklen Stories, ne? Also, ihre Questline ist halt so, wenn man da die dunklen Wunder kauft, also die Dunkelheit... glauben skalierenden Spells... Dann wird die so cursed und hier Aegon oder Aegon oder so, der nimmt die dann mit und dann bla. Ne, der nimmt die, glaub ich, eh mit. Und dann kann man die aber wieder befreien. In der Wildnis. Und dann, äh... Dann ist es aber so, da muss man aufpassen, was man von ihr kauft. Irgendwie so. So. Der Talisman. 118. Masha'allah. Ja, geil. Abfahrt. Oh, hier sind die Klamotten vom Boss. Hm. Aha. Und hier sind die von den Verbanden Boys. Aha, das heißt, hier gibt's so ein bisschen Bossklamotten. Hier ist ein Ring. Erhöht maximale TP. Warte mal. Aschen one. Aschen one. Erhöht maximale TP. Okay, ist der gleiche. Hätte ja sein können. Geringfügig oder so. So. Okay, aber ich glaub. Ja, alles cool. Ich hab Pfeile gekauft. So, dann level wir jetzt. Aufsteigen. Ich baller, glaube. Zweimal. Ja. Bam. So, 14.000 brauche ich. Dann mach ich das auch noch. Vielleicht einen dann in. Ne, ich bin ganz froh mit meinem Gewicht. Also, ich hab ja... Ich bin bei... Wo steht das? Ich bin bei 65%. Ja. Und... Ich mein, noch hab ich nichts gefunden, was ich unbedingt anziehen will. Style-technisch. Ich warte halt auf irgendwelche heftigen Ritterklamotten noch oder so. Und solange das der Fall ist, werde ich Konditionen nicht leveln. Bis ich nicht, was gefunden hab, was stylisch ist, aber schwerer. Was ist das denn? Rüstung eines namenlosen Ritters. Mhm. Oh, das geht eigentlich ganz gut. Aber so ein Wappenrock gibt mir eigentlich mehr. So. Ich soll Rüstung ausziehen, sagt ihr? Ach, du dicke Mutter. Okay. Jetzt bin ich der Lord der Hüllen. Ist das, weil ich Glut genommen hab, oder? Was hab ich gerade gesagt? Weil ich Glut genommen hab? Ja. Okay. Ja, das mit Orbeck. Ich mein, da kommt... Also jetzt mal hands down. Da kommt hier so eine Random Truller. In... Äh... Mein Club hier. Der Typ ist tot. Es gibt hier... Also ich wünsche, es wäre Tatort, weil... Das sieht für mich so aus, als hätte die den umgebracht. Sie sagt, oh, er ist erlöst. Oh, übrigens, der da hinten. Der ist gefährlich. Mach den mal weg. So, und das soll ich jetzt einfach trusten, ja? Ich hab die vorher nie gesehen. Das glaube ich... Also kein Vernunft... Vernunft... Ähm... Kein vernunftbegabter Mensch würde das tun. Vielleicht, weil ihr was wisst, was ich nicht weiß, aber... So, jetzt hab ich noch diese... Irgendeine Aschen... Ich hab da noch so einen Aschenfürst... Asche... Fürsten Asche bekommen. Mhm. Okay. Fürsten Asche da bieten. Ja, aber er ist einer von den Fürsten. Hä? Und jetzt? Orbeck ist Berliner. Ja, okay. Jetzt sind hier ein paar Köpfe von denen. Quest Progress. Orbeck ist weg. Orbeck weg. Also ich werde den nicht vermissen. Das ist ein Zauberer. Aber ich glaube, das schaue ich mir lieber... Offscreen in Ruhe an, was mit der Quest auf sich hat. Bevor ich mich jetzt hier wieder verleiten lasse. So. Achso, ja. 3000 Seen verkaufen. Dann kann ich nochmal leveln. Könnte schon reichen. Na, komm. Aschenwan. Aufsteigen. Bisschen mehr Ausdauer. Aber eigentlich... Eigentlich laufe... Fahre ich ganz gut mit... Vielleicht ein Token? Eigentlich fahre ich ganz gut mit meiner Ausdauer, aber... So, wenn ich volle Ausdauer habe. Okay, also nach drei bin ich immer alle. Und ich kann dann... Doch, ich kann dann rennen. Eins... Zwei... Drei... Ne, ich kann nicht rennen. Das ist halt doof, ne? Wenn ich zweimal schlage, kann ich im Anschluss nicht rennen, bis die Leiste wieder voll ist. Aber ich glaube, ist schon gut, weil für so ein Großschwert, einer schreibt es auch gerade, ist so ein Extra-Hit echt Gold wert, ne? Ich habe das jetzt auch ein paar Mal in den Kämpfen gemerkt. So, oh, jetzt noch ein Hit mehr? Weil das ist ja da noch heftiger Poise-Damage. Machen wir mal. Guck mal, ich glaube, wenn ich noch einmal Ausdauer level, kann ich zwei schwere Hits machen und dann noch quasi rennen. Oder normal regenerieren und rennen. Okay. So, wir machen mal weiter. Wo machen wir weiter? Hä, was sind das für Symbole? Was sind das für Symbole da rechts dran? Was ist das denn? PvP Heavy? Ah. Oh. Okay. Also, in der Kathedrale. Hier. Da war ja noch dieses hässliche Vieh. Erinnert ihr euch, was von der Decke gekracht kam? Das müssten wir eigentlich noch machen. Ansonsten ginge es hier halt weiter wahrscheinlich ins nächste Gebiet. Wo sollen wir weitermachen? Kathedrale gefühlt kann man abschließen, ne? So, und ihr meintet auch irgendwas mit dem Brunnen. Das schaue ich mir mal an. Ich erinnere mich. Ihr hattet mir da einen Brunnen gezeigt und da war aber noch nichts. Und ihr meintet später. Das schaue ich mir mal an. So, jetzt bin ich auch ein Heiliger, Dicker. Achso, das Kestels. Na, egal. Au. Yee! Äh. Ist das schön. Ha! Jep. Ha! Entfällt? Was? Finstergeist Kratorus ist eingefallen. Wat? Kratorus, Digga. Ja. 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 Hä? Oh! Okay. Ist das ein Gegner? Also, ein... Ja, obviest. Aber ein Spieler? Nee. Hä? Mach mal so. Bist du ein Spieler? Spieler? Hey, ihr wollt mich doch verarschen. Ihr habt mich verarscht mit dem Scheißbrunnen? Ihr kleinen Mann. Oh, Mann. Ah! Hmm. Das Ding ist, man muss halt eine Weile warten, weil er denkt, man haut direkt nochmal zu und dann rollt er. Und während er rollt, haut man zu. Da hat man direkt einen Anschlusstreffer. Das ist eigentlich so Elden Ring 1 und 1 PvP, sag ich mal. Einmal einen, sorry. Also, ich geh nie wieder zum Brunnen. So. So, wir haben uns halt einen Spieler weggemacht. Digga, das hat übel viel Sehen gebracht, kann das sein? So, äh, ich glaube, geh ich zum Schlafgemacht und lass mich einfach runter droppen. Ja, ja, geh zum Brunnen, komm. Ihr könnt aufhören. Ihr könnt, äh, ihr könnt aufhören. Äh, nee, da hin. Hm. Ich glaube euch, dass der Brunnen vielleicht relevant ist, aber da war ja nix. Also, gerade war da ja noch nix, ne? Ich hab mir den ja angeguckt. Da war niemand. Also, wahrscheinlich muss nur irgendwas passieren oder dauert das noch? Doch, hör zu. Noch nicht. Ja, sag ich ja. Doch. Okay. Guck ich mir mal so an, ja? Weil jetzt schreiben gerade sehr viele Leute ins Chat und es sehr durcheinander und ich weiß dann immer nicht, was ich glauben kann. Und dann ist es chaotisch. Und ihr wisst, das ist der falsche Weg, oder? Das ist der falsche Weg. Quest vom Zwiebelritter googeln, äh, Quest vom Zwiebelritter googeln. Ja, mach ich dann. Aber jetzt nicht. So. Ähm. Ähm. Okay. Also, hier links. Brunnenquests hinüber, da du zu früh zu Rosarias Bonfire gegangen bist. Okay, siehste. Also, deswegen. Ich, ähm. Es ist gar nicht böse gemeint. Und ich find's auch cool, wenn ihr euch so... ...involvieren wollt und Dinge beitragen wollt und so. Aber ich hatte es jetzt schon häufiger in dem Let's Play, dass ich irgendwie auf Chat gehört hab. Und das mein ich überhaupt nicht böse. Aber es ist einfach die Realität, dass dann manche Leute dachten, sie wüssten was, aber dann war es halt doch irgendwas, ne? So ein Detail war dann doch nicht und... Dann wende ich hier Zeit auf und, äh, es war dann umsonst und so, wirst du, was ich meine? So, wie komm ich denn jetzt hier hoch? Ich ruf den, glaub ich, ne? Ne, wie ging's denn hier weiter? Hier? Ne, irgendwie noch höher fahren? Ne, wie war denn das? Hä? Ich kam doch von irgendeinem Bonfire richtig schnell. Leider um die Ecke. Aber ich geh gerade wieder falsch, glaub ich. Ich will ja... Wo will ich hin? Ich will da ja... Ich will dahin, wo das Vieh von der Decke gedroppt ist. Ja, das ist hier falsch. Hier ist ja... Oh mein Gott. Ja, ich muss nochmal zurück. Das ist falsch. Jetzt hab ich mich verquatscht, das ist... Hat er was gedroppt? So. Ich könnte zu Rosaria spawnen feiern. Aber ich glaube... Da kann ich mich dann halt ein paar mal runterdroppen lassen, ne? Aber ich glaube... Es ist tatsächlich schneller hier lang. Hä? Ne, da... Ne, warte... Okay, ich muss mir gerade mal selber nochmal... Sorry, ne? Ich... Erster Run. Ich bin noch nicht so firm mit den Laufwegen. Aber ich will mal für mich jetzt verstehen... Hier lang war... Wo kam ich dann nochmal hin? War auch ein Shortcut dann später. Entspannt euch. Entspannt euch. Ich will gerade nicht gelotst werden, okay? Ich will gerade nicht gelotst werden. Ich will einfach gerade ein bisschen für mich gucken und verstehen, wie normal... Das, äh... Gebiet war. Wie das gebliedert war. Ja, doch. Hier wollte ich basically hin. Ähm... Genau, da unten ist der. Also hier ist, glaube ich... Der schnellste Weg. Wenn ich mich richtig erinnere. So, den Typen mache ich weg. So, die ignoriere ich, glaube ich. So. Kommt da... Wer mir nach? Tatsache. Ich one-hitte die, Alter. Das ist übelgeil. So, und hier unten ist der Typ. Kill Orbeck, Alter. So, hier war ein Ritter. Ah, ne, und die Typen da oben. Die muss ich abknallen, oder? Ja, ich knall erst die Typen ab. Ich knall erst die Typen ab. Schöner Headshot. Ah, ne, ist der Arsch, ne? Oh mein Gott. Ich bin so ein God-Gamer. Einfach pre-aimed. Hammer. So, und den hier. Der müsste One-Hit sein. Ja, geil. Geil, 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 geil. So. Aber hier war, glaube ich, noch einer, oder? Ja. Guck mal. Hab ich doch gesehen. Keiner Rabauke. Ne? Guck mal her. Hey, der ist einfach auf die andere Mauer gehüpft. So, und den Typen könnte ich theoretisch auch abballern. Aber egal. Bogen ist einfach das beste Tool in Dark Souls. Wirklich. Papst X kommunizieren. Alles gut? Carnage is method? Einfach mal so random in den Chat. Den Papst X kommunizieren. So, der Dude. Der hat mich so aufgeregt. Aber, der ist literally da drin, wo das Vieh ist. Junge, komm doch. Der findet die Tür nicht. So. Öh. Okay. Mhm. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Oh, der Delayed so eklig. Der hat so Delayed Attack. Hä? Okay. Warte mal. Kann ich nicht das Schild wegtreten? Ja. Gut zu parieren, wenn der Delayed. Er geht, ne? Ich verprügel den aber ordentlich, ey. Hahaha. Das Schwerter scheppert halt so hart, ey. Das ist Orbeck. Alter. Okay. Pass auf. Wir machen folgendes. Ach so. 120. Mach mal her. Okay. Komm mal her. Von wo kommt der eigentlich? Äh. Äh. Hä? Ich heil mich ja langsam. Ohohoho. Ohohoho. Creepy ass motherfucker. Lecker. Uh. Lecker. Uh. Lecker. Juicy. Digger zurück in deine Mutter. Kommt noch eine? War ein bisschen einfach. Saphir von Aldrich. Digger. Dachte Andrich. Nicht der Sechser bei Eisernen Union. So. Äh. Oh. Ich hab noch den Giftring. Warum sagt keiner was? Regeniert FP von kritischen Angriffen. Oh. Wenn ich äh. Backsteppe. Oder nach dem Parry zu lang. Dann regeneriere ich FP. Ist ganz geil. Leverkusen du Kek. Ah ja. Sorry. Der ist ja ganz geil. So. Aber was. Genau. Das ist auch geil. Wieso regeneriere ich gerade Leben? Guck mal. Ich regeneriere Leben. Why? Why MCA? Warum regeneriere ich Leben? Guck mal. Mein Leben geht langsam hoch. Wegen der gesegneten Waffe? Wieso hat mir das keiner gesagt? Ist ja völlig Bastard. Wurde gesagt. Ach. Lüg nicht. Hey. Krass. Maximale TP. Oder? Was nehmen wir? Ich hätte gern diesen Ring. der mehr Poise Damage macht. Den hätt ich gern. Hm. Ja. Oder hier hat so einer. Ja. Ich könnte den Schlangenring einfach anziehen. True. Gefühlt. Also wenn ich gerade. Ich bin ja unkillable. Also höchstens Bosse. Bin ich ehrlich. Oder ich misplay halt hart. Aber an sich bin ich ja unkillable. Also ich bin ja so ein guter Gamer. Dementsprechend Schlangenring. Fahren wir schön weiter. So. Gut. Haben wir den. Geil. Jetzt. Yo. Wir können ja hier weitermachen. True. Da ging es ja hoch. Okay. Dann gehe ich jetzt zu Rosarias Pumps Dings. Komm. Ich bin faul. Den Riesen habe ich schon gemacht. Beide. Komm. Sei ruhig bitte. So. Ey Typ. Der soll aufhören zu atmen. So. Da. Und da oben raus. Und dann ging es da weiter. Dark Souls 2 ist vielleicht am Finster. Ich glaube bei Dark Souls 2 hatte ich nach der Zeit viel viel mehr Tode. Oder? Wie viel Spielzeit habe ich? 22,5 Stunden. Kann man jemand nachgucken? Bei einer Dark Souls 2 Folge. Wie ich so ungefähr nach 22,5 Stunden. Wie viel Tode ich da hatte? Hä? War das der Riese? Wer ist das? Wo kommt das her? Digga, was brüllt da? Ah, das ist doch der Riese. Nee. Sind das die? Wer brüllt denn hier? Hallo? Das waren die Viecher? Hä? Die haben geschrien wie so ein Achtarmiger, der sich was reinorgelt. What the fuck? Das letzte Mal, wo ich hier war. Was ist mit ihm? Bring ich den jetzt mal um? Ach, er ist das? Ruft der die immer? Ich check's nicht. Ach, warte. Ach, da unten geht's weiter, ne? Da war so eine Treppe hoch. Da. Ist einfach so geil, wie wir uns regenerieren. Nach 22 Stunden circa 27 Tore bei Dark Souls 2. Krass. Ich hätte gedacht, äh, tatsächlich noch mehr. So. Ach, da kann ich ja auch noch rüber. Jetzt kommen die alle runtergedroppt, ne? Ja, scheiß auf die. Ja, dann geh ich erst mal rüber. Oder unten. Das sind echt Madenmänner, ey. 52. Folge 14. Aha. So, also da geht's weiter. Und da geht's weiter. Aber das sieht mir irgendwie so nach Finale aus des Gebiets. Irgendwie Bossfight oder I don't know. Keine Ahnung, wer der Typ da auf dem Teppich ist. Könnte ich mir vorstellen. Das heißt, wir gehen hier erst mal rüber. Decke clear. Kleine Heinzelmänner. Sehen wir Heinzelmännchen? Ne. Ist ein bisschen suspicious hier. Keh, ah, unten der Ritter. Duell-Amulett. Du hattest bei Dark Souls 2, glaube ich, mehr Strafen, die stacken konnten. Da hast du ein paar Tode gestackt. Naja, bei Dark Souls 2 war die mieseste Strafe, dass ich diesen einen Eid eingen musste, der macht, dass ich quasi New Game Plus 1 spiele. Schwierigkeit. Das war heftig. Und dann haben sich immer richtig Tode gestackt. Und das war crazy. Das war die Strafe, die... Aber ich glaube, was Vergleichbares gibt es halt nicht in Dark Souls 3. Das war wirklich... Ja, Eid der Champions oder so. Das war wirklich... Das hat manchmal... Da gab es Folgen... Da habe ich fast den Verstand verloren. Das ist... So hart... Ähm... Er hat gesnowboilt. Erinnere mich bitte nicht an die Wäscheklammer. Das war wirklich die schmerzhafteste Strafe. Das ist richtig bis in die Stirn hochgezogen. Respekt, wie chillig du durchs Game gehst. Ich rush immer und verzweifle dann an Powercreep. Naja, das Ding ist... In dem Format muss ich sehr chillig unterwegs sein. Weil sonst, äh... Sterbe ich zu viel. Und... Äh... Die outscalen mich. Einfach, weil... Äh... Ich... Seelen auf den Weg lasse. Ach... Nee. Ich dachte, wir wären hier gerade... Nee, okay. Hier ist ein Hebel. Ist ein Fahrstuhl. Vorrichtung bewegt sich nicht. Das ist die Tür, die ich glaube ich meine. Äh, die ich mal... Die ich gestern gemeint habe, die eine. Jetzt müsste ich auf so einer Terrasse sein. Ja. Und hier ist so ein Ekeltyp. Ja, okay. Gut, aber auch dieser Shortcut muss ich sagen. So cool es ist, jetzt diesen Moment zu haben. Oh, hier bin ich. Bringt ja... Gar nichts. Das... Ich weiß nicht, Leute. Ich weiß nicht. Nein, nein, nein. Siehst du? Schrödinger. Digga, ich schreibe fünf Leute jetzt Brunnen, dann schreibe fünf Leute nein. Auf keinen Fall. Ja, nein. Äh, tschüss. Viel Spaß, ne? Tschüssi. War das richtig cool. Danke. Ja, ich bin ab jetzt alleine, ja. Ja, okay. Kannst du mir anrufen, ich komm noch wieder runter. Ja, ey, du, ganz entspannt. Tschüssi. 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 Also heute hat Kena Nachtschicht mit mir. Das heißt, wenn Folgen kommen, wo ich irgendwie eine Assistenzkraft bräuchte, werden wir re-rollen. Aber anders geht's einfach nicht. Schrödingers Brunnen. Digga, das ist wirklich Schrödingers Brunnen. Schrödinger ist da mal reingefallen. So. Okay, die Vorrichtung, da geht nicht. Die ist ja tendenziell... Hm. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Hm. Ey, ich bin so dumm. Was mach ich denn? Ich muss doch direkt rauf. Scheiße. Ist da drüben nicht nur ein NPC? Da? Nö. Hab nisch. Hab nisch zu hier sehen. Riecht's auf einmal so gut. Ist das die... Ist das die... Ist das die Eintracht mit dem Wasser? Leute, ich würd jetzt einfach mal weiterzocken. Ja, es tut mir leid, wenn ich hier... Ne. Oh, Mann! So, ihr merkt's. So, es lenkt mich jetzt ab. Bitte hört auf mit Brunnen. Bitte hört auf mit... Macht diesmal jenes. Hört jetzt mal auf zu Backseaten. Lasst mich bitte weiter zocken, okay? Weil es lenkt übel ab und... Ich bin doch ehrlich, es fuckt auch ein bisschen ab. Bin ich mal ehrlich. Weil... Das ist ja auch... Ja, ja. Haben wir jetzt genug drüber geredet. Scheiße, schon wieder fast. So. Das dauert ja Jahre. Digga, ich renne einfach durch, oder? Ich renne, glaube ich, einfach durch. Was ist hier? Water, my friend. Warum gibt's das? Oh, guck mal. Da hinten geht's rein. Nee, was ist das? Ein Hebel. Ziehen. Ah. Jetzt kann ich da lang. Da oben lang, oder? Nee. Hä? Wenn ich jetzt wieder hochgehe, kann ich hier drüber gehen und dann da nach rechts? Und dann? Hm. Okay, dann muss ich jetzt wieder hoch. Äh. Heimkehrknochen? Nee, dann resettet sich alles, ne? Hm. Ah. Treffer? Ja, schön. Einfach weggebuttert. Nee, ich bin falsch. Nee, ich muss. Nee. Ich... Nee, nee, nee. Ich... Oh Gott! Scheiße! Die hab ich vergessen. Gut. Ich geh jetzt geschlossen zurück zum Bonfire. Ich werd's nicht schon wieder ein Heimkehrknochen rausballern. Dann tippee ich mich zu Rosaria. Und dann, äh, guck ich, ob sich das oben resettet hat, oder nicht. So oder so kann ich aber mal gucken, wo das hinführen würde. Ja. Und ansonsten... Gehen wir halt nochmal runter und gehen dann da endlich die scheiß Treppe hoch. Ja. Ist das cool? Guter Plan, viel Erfolg. Danke. Äh, nein. So sterben übrigens viele Leute. Also in Dark Souls. Ja, manchmal auch im Herzinfarkt vielleicht. So. So. Merciful goddess, please. Fire for Ariandel. And the ash to kill. Ah. Ah. Hä, der hat noch nie geredet, als ich hier ankam. Okay, ich geh mal zum Brunnen. Hehehe. Ah, ich hab keinen Bock, dass er jetzt irgendeinen Jochen triggert. Ciao. Ist nix. Wait, you've the same scent as that woman. than you must be an action woman. Bh干, you must be. Oh, 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 oh. You don't know how long I've searched. Oh, 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 oh. Ich muss euch um einen Gefallen bitten. Meine Gnädigste lebt im kalten Land Ariandel. Ihr müsst ihr die Flamme zeigen. Eine rechte Flamme, die die Fäulnis verzehren wird. Wenn ihr wirklich Aschel seid, ihr müsst das Feuer, nicht wahr? Annehmen. Höh? Danke. Die Dage von Aschel hat nie verfolgt. D.A.C., ja. Die Pieter mich jetzt da hin? Oh, ein Gemälde? So ein Gemäldewelt, Digga. Ja, aber er kann es anfassen, oder wie? Egal, wer das jetzt einfach ein Tod. Und wenn die Aschel war, auch. Da ist noch ein anderer. Ist da ein zweiter, ja? Dann soll ich mal dafür, dass es nachher nur noch einer ist. So, was ist hier los? Was ist das für eine Drecksgegend, ey? Da eh. Joa. Paar Dead Noises. Ist das die gleiche wie in Dark Souls 1, diese Painted World? Hieß das auch Ariandel? Nee. Oder? Ja? Nee? Zwei schreiben nee, zwei schreiben ja. Ist das insane. Ist das insane. So ein Bett zu tun, Alter? Digga, sagt ja, ich soll es sterben gehen. Eisblaue Muskeln. Oh, hier ist Eisfrost und so. Scheiße, Digga. Gut. Ich brauche einen Bonfire und dann hau ich rein. Gut, bis irgendwann. Mhm. Gut. Reingehauen. Rock des Gebets. So. Ich glaube, ich renne durch. Oder? Ja. Oder kommen die hinterher? Gut. Scheiße auf die. Oh. Oh. Abfahrt. Äh. Yay. So. Okay. Ich... Okay, keine Vergiftung. Das heißt, ich roll mich einfach durch. Okay. Okay. Oh. Oh. Bäh. Häh? Bro. Kommt er her? Von oben? Die regnen runter. Item unter der Treppe? Oh. Ich hab nicht gesehen. Krass. Tunnelblick. Oh, wow. Was ist das für eine geile Waffe? Oh, komm, ey. Ist das hier ekelhaft. Tue, ich wollte gucken, ob oben was geht, ne? Ach, scheiß drauf. Jetzt bin ich hier. Hab, kurz seit Gedächtnis, Leute. Ist ganz... Ist bad. Oh. Oh, 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 okay. Mashallah, was hat er für eine Waffe? So, triggern die jetzt alle gemeinsam? Da hockt noch einer. Oh. Höh. Höh. Was ist mit ihm los? Okay. Ah. Ah. Schön. So, jetzt hole ich den. Agit das Target. Dahinter sitzt noch einer. So. Ach, so einer ist es. Gut. Oh, lol. Das war kein Back-Dings. Hä, das war kein Back-Step? Okay, hier hocken ein paar, Leute. Sind die alle... Die sind alle ganz schön fertig. Der einfach hochflippt. Au. Hoppala. Ah. Zack. So, jetzt holen wir den. Aber vor dem habe ich echt Respekt. Der sieht... Der sieht schwierig aus. Warte mal. Ich kann ihn nicht anvisieren, ne? Oder? Kann ich ihn anvisieren, bevor er reagiert? Ja. Okay, let's go. Okay. 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 Oh Gott. Geil. Sein Schwert. Das wär... Das wär geil. Das sah fett aus. So. Den hat zerrissen. Haben wir hier noch Leute, die hier... Hier zum Gottesdienst gekommen... Er war schockiert. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Haben wir hier noch Leute, die zum Gottesdienst gekommen sind? Ich breche das... Ich danke. Breche das Brot und danke, Digga. So. Die Jungs, hauen wir die weg? Joa, ne? Aber ist ein bisschen scary hier, bin ich ehrlich. Oh, ich brech den so das Rückgrat, Alter. Ha. Die haben so kassiert. Okay. Die Einzelmänner. Ach, hier ging's auch noch weiter. Okay. Okay. Joa, dann checken wir mal gegenüber. Das ist der Turbo Suspicious. Okay. Fahrstuhl? Geht nicht. Ach so. Ah, ich weiß, wo wir jetzt rauskommen. Ja. So, und da würde es übrigens nirgendwo hingehen, wie man sieht. Okay. So, und hier sind wir auf der Terrasse. Okay. Cooler Shotcut. Nice. Cool. Können wir das da alles skippen? Aber diesen einen Dude da zu fahren, mit dem fetten Schwert? Und das war ein Bonkers Schwert, ey. Duty. Dann hier lang? Jetzt sag ich nicht, hier ist Ende. Im Gelände. Hä? Ah, chill, chill. Ich gucke. Lucky, lucky. Nee, hier geht's weiter, ja. Okay, das sieht sehr nach Bossfight aus, tatsächlich. Feind voraus. Versuch Finger, aber Loch. Sieg voraus. So, Mann, ey. Ich hab sechs Pullen. Ich hol mir zehn Pullen. Ich hol mir zehn Pullen. Nehm den Shotcut, renn durch. Ohne, ähm... Nee, Leute, ich lass jetzt nix anbrennen. Leute, ich weiß doch nicht, was das für ein Boss ist. Versteht ihr mich? Mir ist es scheißegal. Es ist ein Blind... Run. Versteht ihr das? Für mich ist klar, da kommt ein Boss. Ich weiß nicht, was für ein Boss kommt. Checkt ihr das? Ich weiß es nicht. Und ich würde gerne für mich herausfinden, wie der so ist. Versteht ihr das? Darf ich das? Darf ich... bitte einfach den so angehen, wie ich möchte? Darf ich das? Ist das in Ordnung? Ich komm nicht rüber. Scheiße. Und jetzt? Ich will jetzt nicht alle fünf Minuten Heimkehrknochen machen. Ah, nee, das Wunder hab ich nicht eingestimmt. Ja, also langsam bräuchte ich's. So, da runter, komm ich auch zum Bonfire. Wo ist hier der Flattertyp? Da. Wie schwer ist denn der so? Jetzt. Erstmal ne Packung, Alter. Ja, der macht halt... Der macht halt... Oh, geil. Der macht halt gar nichts mehr. Der wird einfach durchgestagert mit dem Brett hier, ey. Geil. So, wie war das? Und hier? Nee. Nee. War hier ein Bonfire. Och Mann, mach ich jetzt doch einen Heimkehrknochen. Scheiße. War hier eins? Irgendwo war hier eins. Hier! Da hab ich wieder eine Kirche. Easy. So. Also. Hinsetzen. Reisen. Feuer. Band. Schrein. Hört auf mit Brunnen. Hört auf mit Brunnen. Leiter ist fein, aber Brunnen, jetzt reicht's. Ah? Verkaufen. 2000. Kann ich noch was verkaufen? Dann kann ich leveln. Wär schon nice. Das ist Kestos, by the way. War ich nix doppelt? Doch, hier. Nee. Shit. Kann ich nicht nur was verkaufen, bitte? Hm. Hm. Unlucky. Wie viel brauche ich denn? Ich brauche nicht mehr viel. Ich brauche wahrscheinlich so 200. Scheiße. 500. Ah. Ah. Farewell, Ashen One. May the flame. 500. 200. So. Okay. Nur ein Ausdauer mehr. Gibt, ja, später gibt's bestimmt mal einen Ring, der Ausdauer erhöht. Eins. Zwei. Also, drei Hits krieg ich durch. Ich glaub, das ist nicht Wolf Ausdauer zu... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ob das Wolf ist mit Ausdauerballern. 40 Ausdauer ist Key. Ja. Okay, so. Ein vielleicht für... Nee, ich glaub, ich geh hier in die Vollen. Aufgeschissen. Musst du wissen. 20 mindestens, ja? Ja, guck mal, ich hab halt auch nur 13. Muss man auch mal sehen, ne? 13 ist halt wirklich insanely wenig. Reisen. Rosarias Schlafgemacht. Wie lange ist da schon in Dark Souls drin? Ungefähr 23 Stunden. So. So. Ich renne hier einfach durch. Renne hier einfach durch. Oh. Die ekligen, Alter. Hä, der hebt? Das die nicht aufplatzen. Wisst ihr, was ich meine? Yee. Ich bin dumm. Och. Nee, warte. Ist noch zu retten. Ist noch. Nee, ist nicht zu retten. Oh, Fick. Na gut, egal. Ich glaub, ich renne trotzdem durch. Ich hasse sowas. Ah. Oh, jetzt kommt hier wieder so ein Fettklotz runter. Glaubst du? So. Giga-Umweg einfach. Ja, ich... Muss natürlich drüber gehen. So, renne ich jetzt einfach durch zum Boss? Ich glaub, ich renne einfach durch. Ist halt ein bisschen gefährlich, aber... Ich denke, that's the way. Moin. Ja. Oh, warte mal. So. Nee, nee, ihr helft mir nicht. Nein, nein, nein. So, jetzt bin ich gespannt. Äh, ist wer hinter mir her? Oh. Diakone des Abgrunds. Oh. 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 Okay, wer verliert hier Leben? Die Spawner. Wer ist es? Wer? Der, der die Kerze hat. Der, der die Kerze hat. Hey, hör mal auf. Nee, oder? Der, der! Nee. Hä? Der, der rote auch? Nee. Der große? Okay, so geht's nicht weiter, Leute. Der, guck mal! Ja, der! Okay, wenn die rot leuchten. Der. Okay, okay, okay. Got it. Guck mal, ich... Die kommen gar nicht mehr zum Respawn. Ich out... Out... Damage die einfach. Ich outscale die. Uh, 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 okay. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Nicht einengen lassen. Guck mal her, Brüder. Nee, Brüder am Geiste, ne? Zack! Ah, das ist... Ah, das ist... Oh. Konzentration. Ja. Und weg. Okay. Das waren die Spannower Ultras, Digga. Kleine Puppel, Seele der Diakone des Abgrunds. Aber was schöne Muckel. Gut, easy. Gut Money, Alter. Fast wieder ein Level. Fast wieder ein Level. Das war der allerechte Twitch-Chat. Ja, aber ich fand's geil, dass man... Also ich hab ja irgendwann gecheckt. Okay, es bringt gar nichts. Die Respawn nach. Also der Gedankenprozess, glaub ich, der, der... War cool. So herauszufinden. Ja, okay. Was muss ich machen? Auf wen geh ich? Ich dachte, er ist der, der ne Kerze anhat. So. Was kann ich jetzt hier machen? Das war jetzt quasi... Ah, hier ist noch ein Drop. Fast übersehen. Shake. Shake. Klasse. Steht hier. Geschafft. So. Ist hier sonst noch irgendwas? Hm. Nö, oder? Ist einfach Deko. Der von Werder. GG war einer der einfachen Bosse, aber bist auch etwas überlevelt. Das Gebiet endet hier. Okay. Ja, klar bin ich überlevelt. Aber ja, also ich hab ja mega aggressive gespielt. Eigentlich hätte man das noch viel safer spielen können, glaub ich. Okay, was haben wir bekommen? Irgendeine Puppe? Und das hier. Okay. Also kann ich mal nach Bosswaffe gucken? Oder Zauber? Äh... Ja, irgendeine Puppe, ne? Oder? Kleine Puppe. Silberne Puppe, die einen Knappen darstellt. Key Item. Ist ein Key Item. Brauchst du, um mein Gebiet zu betreten. Okay. Und ich hab hier fünfmal dunkles Siegel. Ein schwarzes klaffendes Loch im Fleisch, das dem Mahl der Untoten gleicht. Alter, war ein guter Reim. Die Finsternis der Menschheit sprüht aus diesem bodenlosen, rahmenschwarzen Loch. Der Spalt ist gefüllt. Mir der Ansammlung des Fluchs. Alles klar. Das dunkle Siegel wird niemals heilen. Doch gibt es eine Geschichte über eine Feuerhüterin, die aus dem Abgrund zurückkehrte und dem Träger des Fluchs großen Trost brachte. Aha. Rhabarber, Rhabarber. Okay, dann sind wir mit der Cathedral durch. Äh, reisen. Oh, da ist jetzt aber auch irgendein Symbol. Was ist das für ein Symbol? Ach, da wo ich gerade bin? Nee, das macht keinen Sinn. Doch, da wo ich gerade bin? Ah, okay. Ja, wer das braucht. Das ist auch ein PvP-Gebiet. Äh. Okay. So, wir checken jetzt erstmal ab. Wir checken jetzt erstmal ab. Ähm. Was da vielleicht für eine Bosswaffe dabei rauskommt? Oh, da steht wer. Ah, das sind die. Ja. Kannst du mich angucken, wenn du mit mir redest? Ich bin gut, dass du dich sicher bist. Mhm. Wir sind in der Cathedral des Deep. Aber Aldrich's coffin war leer. Ich habe kein Wort verstanden. Wirklich. Es ist Dark Souls Quest, wirklich. Dark Souls Lore, es ist einfach... Nein, der Aldrich in dem Lande, der war ein hüllenloser Menschenverzehrer. Wir sind auf der Suche, doch als wir ankamen, lag im Sarg eine Puppe des alten Duledeis. Sie verrät uns hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Da ist unser Ziel. Doch höre, Hüllenaschenlord, sei gewarnt. Denn Damage ist besser als... Es ist einfach... Und dann er. Ah, unterschätzt es man nicht. Doch. Also, passt auf. Ich finde... Also, Dark Souls, die Story, das ist ja geil. Die Story kann einem scheißegal sein. Ist ja scheißegal. Man rennt einfach durch, durch jedes Gebiet und klatscht alles um. Fertig. Bums. Also, ist scheißegal, was die labern. So, und ansonsten ist halt die Story nicht obvious, sondern man muss die ganze Zeit zwischen den Zeilen so für die... Ich kann verstehen, dass Leute die Story mögen und bla, dass sie sich dann da irgendwie... Dass sie zu Hause sitzen. Hm, das ist interessant. Das schreibe ich mir auf. Also, Aldrich, okay. Was waren nochmal meine Infos zu Aldrich? Muss ich mal lesen. Ah, Aldrich war ja der, der schon hier im Zwischengebiet erwähnt wurde. Und dann notieren die sich das, oder was? Und am Ende sind sie dann... Also, dann kannst du auch einfach aufs Wiki gehen. Es ist halt... Also, meins ist es nicht, Digga. Aber ich bin doch ganz froh, dass man halt Dark Souls einfach spielen kann und auf die Story scheißen kann. Achso, nee, ich wollte die... Ashen One. Ashen One. Jetzt komm mal runter. Ich fahr grad erst hoch! Ist doch wahr! Also, naja. Tiefenseele feuert ein dunkle Seelen... Sediment ab. Was ist ein Sediment? Und? Kerzenhalter des Klerikers. Okay. Macht magischen Schaden. Und Buff-Zauber. 100 aber nur. Aber C-Scaling... C-Scaling... Äh... Glaube. Der hat B-Scaling-Glaube. Und den Spell kann ich nicht nutzen, weil ich keine 12... Intelligenz hab. Dann tausche ich wieder die Seele ein, denke ich. Ach, der hatte In-Scaling. Achso. Was bringt die? 20.000. Hol den Spell für Achievement. Uh! Ja, dann spiel ich noch mal privat. Ich will lieber hier durchböllern. Kerzen hat aber auch ein Schwert. 20k sind übel schmackhaft. Ashen One. Welcome. Very well. Then hey. Oh! Na komm. Schaffe ich jetzt zwei Schwere, ohne dass Ausdauer leer ist? Nicht ganz. Ah, ich bin Level 25. Siehst du, war ich halt... Hier. Mit Köpfchen. So 19.000 bräuchte ich... Ne, hä, hab ich ja. Ashen One. Hm. Welcome home, Us. Hm. Very well. Then Tothik nourrigt dich. Was war das für ein... Ja, ich kann ja noch ein Level machen. Das ist ja easy. Nochmal? Ja. Komm, rein jetzt. Heute ist Konditionstag. Ashen One. Es verändert sich einfach fast nichts. Mann. Heute Cardio, richtig. Okay, pass auf. Ich verbessere den Talisman. Und ich, äh... Leg die Estos mir wieder um. Äh... Der, ne? Ja. Nice. Gut. What is your leg day? Okay. Cool. So, dann... Wo machen wir jetzt weiter? Also das durch. Entweder DLC. Oder... Hier wahrscheinlich weiter durch. Aber das ist halt PvP. Wie Brunnen. Leute, ihr regt mich so auf. Ihr regt mich so auf. Tänzerin? Boah, die wirkt ja ultra stark. 40 Minuten Timeout. Ich gucke erstmal, wo es hier weitergeht, weil... Aber das PvP-Gebiet... Äh... Oma-Boss. Oma killen. Oma haben wir schon gekillt. Die andere bleibt. So, da kam ich rein, ne? Geht es hier nicht weiter? Okay. Die sterben, Leute. Höh! Die fallen hier runter. Hä? Der ist hier durchgefallen. Okay. Ich rieche irgendwie Fallen oder so. Versuch rechts. Versuch springen. Ah. Okay. Ah, da stehen sie. Aber ich würde erstmal da die Items abholen, oder? Guck mal. Ich find's immer... Oh mein Gott, zerböller ich die. Holy shit. Warte mal. Ich hab ja ne... Ich hab ja ne Faith-Waffe. Ist das jetzt geil gegen Untote? Kartus Rot? Kartus macht ne Ull, Digga. Blutungseffekt hinzu. Aha. So, geh ich jetzt erstmal da hin? Schon, oder? So, was kannst du? Was kannst du, Jochen? Daneben. Fuck. Das war knapp. Oh mein Gott, ich bin Godgamer! Junge... Das war nicht gewollt, aber es war ultra krass. Okay, da sind ultra 4 Items. So, Jungs. Ich mach mal den. Hahaha! Ihr Keks! Oh, da kommt noch einer. Nee? Oh, ich hör noch Steps, oder? Nee. Neue Wette. Oh, ich hör Steps. Überlebt Henno bis 21 Uhr. Oh, das sind 50 Minuten. Der geht da oben lang, oder was? Hallo? Servus? Oh, guck mal, da kleben Viecher oben. Kommen die runter? Oh, da oben. Okay. I see. Ah, der schießt. Ha! Gehört! EQT! Oh. Also deswegen ist das Great Soul einfach nur Baba. Das klatscht die halt aus allen Rippen. Wortwörtlich. Ja geil, so Andet-Gebiet schmeckt auch, wenn man auf Glaube geht. Okay, ich lass die kommen. Ganz schönes Gerümpel, ne? So. So. Also ein bisschen nervig, dass die nicht One-Shot sind. Dann muss ich mal warten, dass sie aufstehen, ey. Was für Opfer. Ach du Scheiße, Digga. Okay. But why? Oh, das ist ein dritt Ding. Das seh ich doch. Ja, 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 ja. Da nicht drauf. Dann kommen hier bestimmt Geschosse aus der Wand oder so. Ich hör Flammen. Oder ne große Kugel rollt. Eins von beiden. Guck mal, das sieht auch aus, als ob hier ne Kugel lang rollen könnte. Okay. Na Kugel-Action hab ich gar keinen Bock, Digga. Indiana Jones oder einfach. Ne, das ist ne Flamme oder so. Die Dinger, kann das sein? Komm mal her, bitte. Einfach unterm Kinn lang, oder was? Ja, super. Oh. Oh! Okay. Schönes Brett. Geil. 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 800 Seelen. Einfach Talon. Geheimfahrt voraus. Scharfer Edelstein. Okay. Oh. Das ist ein Bogenschütze. Fallen. Tritt. Man muss immer auch auf den Boden gucken. Deswegen jetzt anvisieren nicht immer gut, wenn man da eine Orientierung verliert. Okay. Da stirbt. Da stirbt wer. Ja, bestimmt zu fallen. Folian von Katus. Neu Wunder. Von Katus einfach. Brunnenleiter. Dose. Schau. Schade. Irgendwas von ihm ist runtergekullert. Na gut. Fahres Bogen muss ich auch noch leveln, Leute. Erinnert mich bitte daran. Der sah besser aus. So. Ja, aber hier ist jetzt... Oh doch, da könnte man drauf springen. Da könnte man drauf hüpfen. Aber ich glaube, das sollte man nicht. Keine Ahnung. Ich gucke erst mal weiter. Ja, 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 ja. Ich weiß, dass eine Kanalwette läuft. Und solange eine Kanalwette läuft... Ich kann nicht mehr reden. Glaub ich euch ja nichts. Ihr könnt auch den, ne? Doch, springen. Naja. So wäre es eher. Okay. Ach, ist wieder so einer. Hä, wo geht er hin? Er geht erst mal... Hallo? Er ist in die Wand gecheckt. Er ist in die Wand... Hä? Another one. Ja, ist wirklich ein anderer. Die Waffe. Große! Ja! Oh, wir können das Schwert upgraden. Hallo, bist du da drin? Der ist da reinge... Ne, hier ist der lang gejetet. Hä? Digga. Der... Ist der hier runter gehüpft? Hä? Wo ist der hin? What the fuck? Okay. I guess. Item. Zwei? Cool. So, hier hoch. Oh. Ah ja. Junge, ich fühl mich wie so ein Schrottvernichter. Wie die auseinander geböllert werden von dem Ding. Ist ja einfach nur ehrenvoll. Ah, ich bin richtig happy mit dem Astoria-Großschwert, muss ich sagen. Das ist sehr nice. So, da liegen welche... Ach, nee! Jetzt bin ich hier, oder? Ich höre hier rechts hinter der Wand was. Glaube ich. Okay. Äh... Jetzt... Hier lang, ne? Ne, doch. Kann ich die One-Hit? Was sollen die tun, Alter? Das Dark Souls 3 ist so einfach. Er hört Stimmen aus, aber... Dahin ging auch noch ne Treppe runter. Oh! Ich habe jetzt auch 16 Stärke. Königin voraus. Warte, ich höre was. Okay, machen wir gleich. Das ist doch sie, ne? Deine Waifu. Ne. Horace Slacker und der... Ich bin ein Trapp, und wir haben sich verabschiedet. Oh! Ich habe ihn nicht gefunden, seitdem ich ihn gefunden habe. Ne. Ja, ich sehe. Horace ist ein Valiant Knight. Er kann sich nach ihm selbst, keine Frage. Mhm. Er ist wahrscheinlich für mich gerade jetzt, mit zweit der Resolve. Wenn du ihn aufhörst, sagst du ihm, dass ich in den Katakomben bin. Ich habe bei Horace Bad Vibes, wenn ich wirklich. Ehrlich. Also... Ich glaube... Ich glaube, Horace ist ein V-Mann. So, da. Richtig. Oh! Wird scharf geschossen. Dann schießen wir mal zurück. Ach. Ja. Oh, da unten ist noch einer. Okay, jetzt die Frage, steht der wieder auf? Einfach Legolas. Oh, das war knapp. Ah. Gut. Was mit ihm? Er so, hey, was war da? Was war da? Dieter, Dieter, hier war was. Hm. Gut, Horace. Okay. Ich glaube, ich brauche dieses Läutern nicht mehr. Ich sollte da lieber ein Healing oder so hinsetzen. Oder Backport. Wäre auch was. So. Jetzt hier... Moment. Wo waren wir jetzt? Hier runter? Nee, ne? Doch. Okay. Dann komm mal her. Okay. Dann komm mal her. Oh, Gott. Fucking bless. Hä? Digga, mein Gehirn, ne? Digga, das ist so unverdient. Das ist unverdient. Und ich hab so gut reagiert, Mann. Ich hab so krass reagiert. Dann machen wir die 20 voll. Das war... Geht wieder los! 16. Boah, Digga, Auge zukleben. 10 Minuten. Keine halbe Stunde? Okay. Äh, Klebeband. Falsches Rad, äh? Ach, ja. Ach, ja. Es ist der 20. Tod. Oh, nee. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Dann ist der Tod ja noch viel, bitte. Ja. Ich hör mal kurz, was du magst. Sehr gut. Was? Man, 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 man. Ich komme gerade in die Küche. Steht der Kevin Westwall schön am futtern? Das Einzige, was er zu mir sagt, ist, du bist nachher die letzte Sau. Nee, du bist nachher die letzte Sau dann. Im Office. Also hier liebt man sich. Ich habe nur Ja gesagt und gehe. Na gut. Tja, leider habe ich jetzt eine Zebra-Rolle genommen, wo kaum noch was dran ist. Scheiße. So, Rat der, Rat der Scheiße. Oh, nee. Give me minus 3-4. Let's go. Äh, vier, vier, kein Plan, vier, vier, eine tagesfrische Strafe aus der Community, so, das ist doch cool, also weiß ich nicht, vielleicht ist doch übel scheiße, aber wir machen jetzt folgendes, wir gehen in Discord, wir gehen in Community Discord, und da gibt es hier die tagesfrische Strafen, so, aus dem entsprechenden Discord Kanal schreiben wir dir in den Teamhop Kanal bei Discord, Ah, ja, wait a minute, die sind ja, die haben jetzt Feierabend gemacht, ist ja keiner mehr da, Finde ich da was? Ah, also, im Discord wird gesammelt und ich mache dann im Stream eine Abstimmung. Okay, ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen Freestyle, aber kriegen wir hin. Also, ihr dürft jetzt Sachen vorschlagen und die Frage ist, wie lassen wir abstimmen? Also, hier steht zum Beispiel, was krass war, nächsten drei PvP-Summons aktivieren. Kein Bogen, kein Rollen, Kopf überliegend auf dem Fliesentisch für 15 Minuten Zocken. Kein Bogen, kein Rollen, kein Bogen. Viele sagen kein Bogen, ne? Linker und rechter Stick vertauschen, oh mein Gott, geht das? Online Summons benutzen. Hennemus, den nächsten Red Summon, den er findet, rufen und gegen den Nevada alleine ehrenhaft kämpfen. Ehrenhaft bedeutet kein Estos, kein Wegrennen, keine anderen Summons verwenden. Spiel auf eine andere Sprache, japanisch oder russisch. Okay. Also, ultra viele sind für kein Bogen. Wie machen wir das jetzt? Also, ich könnte einfach ein Straw Poll machen. Oder ich nehme jetzt einfach die Sachen, die hier am meisten genannt werden und lasse im Twitch-Chat darüber abstimmen. Bogen-only. Fatroll wäre auch krass. Also, Leute, mit den Füßen spielen. Ne? Merkt das selber. Maus und Tasse aus alten PCs? Naja, da gehen die Anschlüsse leider nicht. Okay, also... Mein Eindruck ist, ich glaube, es geht jetzt auch am schnellsten, dass wir sagen, entweder wir machen einfach eine Abstimmung im Chat, die nächsten drei Invades akzeptieren. Das ist actually eine normale Strafe, ne? Die nächsten drei Invades akzeptieren, das finde ich geil. Das ist auch... Das ist geil. Ähm... Ähm... Fatroll bis zum Ende. Ähm... Kein Bogen bis zum Ende. Die drei, würde ich sagen. Das heißt, wir machen jetzt hier im Twitch-Chat eine Abstimmung. Die nächsten drei Summons. Da kann doch alles kommen, auf jedem Level, ne? Eieieieiei. Okay, Abstimmung läuft. Kein Bogen bis zum Ende wollen halt giga viele, krass. Okay. Ja, Fatroll bis zum Ende. Ich sag mal nichts. Ich sag mal nichts. Sonst sagen die Leute, ich hätte hier beeinflusst. Und für die Zukunft machen wir es vielleicht so. Ja, ich glaube, heute ist jetzt besonders, weil... Heute ausnahmsweise haben halt Leute... Also es ist keiner da für die Nachtschicht. Ähm... Sprich... Ja. Sonst hätten die wahrscheinlich schon einen Plan oder so. Naja. Boah, ist das eng. Krass. Okay, wir lassen die ab schon mal ablaufen. So, die Kugel. Also ich könnte da Blitze reinjagen, ne? Ich glaube, das hätte was. Schön Blitz reinbannen. Uh, warte, hier ist PVP-Gebiet, ne? Ich geh mal schnell raus. So, ich geh mal hier hin. Wie sterben hier Leute? Hä, die fallen hier runter? Katakomben von Kartus. Du hast keine Glut aktiviert. Ah, ja, tu. Okay. Ah, das wird eng. Ja, ich geh mal nicht weiter, weil ich muss ja mich durcharbeiten. Hahaha, scheiße. Okay, die Abstimmung ist fast durch. 1400... ...Votes. Und damit 46%. Drei Invades akzeptieren. Ja, hat gewonnen. Mit 1426 Votes. Dahinter... ...kein Bogen bis zum Ende. Mit 1317 Votes. Das sind 42%. Und Fat Roll bis zum Ende 359 Votes. Also 12%. Okay. Dann kann ich jetzt auch scheiß Glut aktivieren. Das heißt, jetzt gibt's wahrscheinlich... Oh, Digga, meine Seelen auch, ne? Okay. Okay, also, erster. Oh, Gott. Was? Hennos Albtraum. Hahaha. Alles klar, Digi. Ach, du Scheiße. Digga, der sah wirklich aus wie mein Albtraum. Vor allem, die können ja jetzt auch irgendein Level haben, ne? Und die heftigsten Endgame-Waffen, ne? Weil, die können mich hier halt nicht so invaden, aber ich kann die halt dabei beschwören. Kommt er? Konnte nicht gerufen werden. Okay, dann hier. Das wäre so aus der Richtung das nächste. Lahara. Okay, das geht. Okay. Digga, das ist mein Klon. Hop Souls 3. Oh, ne. Warte, wird noch gerufen. Oh, fast den zweiten gerufen. Nimm gelb. Digga, jetzt gibt's hier auf weiß alle Farben. In Welttode zählen auch, ja. 3v1 würde ich für... Ich glaube... Ich glaube, das hat nicht geklappt. Gut, dann mein Klon. Oh! Scheiße! Okay, warte, 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 warte. Wir müssen... Nein, bitte warte. Hallo, bitte warte. Wir müssen erstmal jetzt auf den anderen warten. Und dann müssen wir irgendwie jetzt kommunizieren, dass erst sie dann rauf... äh, oder er ran darf. Und dann der andere, ja? Hä, wo kam der jetzt her? Hä, da ganz hinten ist der Typ. Ach so! Die spawnen auch woanders. Okay. So, dann wir beide. Ich bin ready. Aber der andere bitte nicht einmischen jetzt, äh. Weil wir haben gesagt, ehrenvoll. Bist du ready? Let's go. Let's go. Na? Das zwirbelt aber auch. Nee. Nee. Okay, einer. Hä? Übelster Lack! Hoppsholz 3! Hoppsholz 3! Du Lackst. Du Lackst übel. Das geht nicht. Das geht nicht. Du Lackst. Ach ja? Den gibt's ja auch. True? Hehe. Ja, einer. Geil. So. So. Lila! Dicker, was gibt es alles? So. Ich setz mich einmal hin. Puh. Letzter. Das ist ne geile Bestrafung. Also einfach... Ich mein, das ist halt übel Coinflip, ne? Ich hätte jetzt auch dreimal richtig verrecken können. So, er wär der nächste. Also, die nächsten drei halt. Er ist der naheliegendste, you know? Hopp gleich Schnuffel. Ich hab halt super spät entdeckt, dass die... Äh, gecheckt, dass sie irgendwo beschworen werden. Da hin. Hä, was ploppen die mal da hinten auf? Wär geil. Wär jetzt einfach in den Tod fallen. Oh, Mann. So. Ich bin ready. Kann man... Wie kann ich ne Pose machen? Na, ist aber egal. Okay, Bro. Claymore, ne? Oh, shit. Äh. Äh. Ah, schade. Okay. Ah, da hab ich nicht gut gespielt. Aber GG. So. 21. Warte, bevor ich's vergesse. Machen wir direkt Tode. 21. Ich komm dann auch so mit Wurf geschossen und so, ne? Mh, ja. Okay. Let's go! Ja, könnte was Neues werden. Ich bin das wieder... 15. Nicht 16. 15. Was? Was? Ähm, ich soll... Ich kenn ja selber nicht die Strafen. Aber es ist gut, es kommen Strafen, die ich selber anwenden kann. Also, ich soll... Eine Packung. Eine... Eine Packung. Äh, Sauerkrautsaft mit Meersalz. Weghauen. Habe ich noch nie getrunken. Aber Sauerkraut mag ich. Aber ich... Wer braucht Sauerkrautsaft? Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wofür? Bitte vor dem Öffnen schütteln. Biozertifizierung. Zum Glück, äh, zum Schutz der Artenvielfalt. Super. Außer die meine. Schöne Knackung jetzt. Aber jetzt ohne Witz, wofür ist das? Boah, stinkt das. Oh, shit. Sterzig. In Gedanken bei dir. Super gesund. Ja, Vitamine. Ja, mhm. Boah. Digga, gestern die Zwiebel, heute das. Tamina sehe ich nie wieder. Und Feier. Und Feier. Gib direkt Dünschis. Ja. 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 Guten Schiss, danke. Zittert der? Ja, ich hab Tremor in beiden Händen. Ist aber nicht schlimm. Halber Liter. Es kann sein, dass ich hier nach raus machen muss. Kleine Pause. Ah. 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 Scheiße. Scheiße. Von Nader, ja. Boah. Der letzte Rest ist besonders scheiße, in der Flügelbohr. Ja. Cool. Please, don't try this. Oh, no, wait a minute, wait a minute, wait a minute. Oh, I think that's it. Oh. 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 Wollt ihr um die Ecke, was meint ihr? Ich würde schon sagen. Ich habe leider damit gerechnet, dass sie da lang rollt und deswegen habe ich mich darauf fokussiert, an der Wand zu sein, aber die rollt da nicht lang. Krass. Scheiße. Ich hätte die einfach hauen sollen. Weil im Zweifel hittet mich die Kugel, aber die Wand schottet mich ja nicht. Scheiße. So, bevor ich es vergesse. Also ich bin ehrlich, wenn jetzt die 15 kommt, dann war es das. Dann war es das. Dann kann ich ins Krankenhaus. Also an der Stelle auch nochmal. Please don't try this. Boah, mir ist ein bisschen schwindelig. Boah. 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 Vielen Dank. So, 10 Minuten. Alles. Ich hole mal C.H. kurz. Ja, leise Voraussicht. Da höre ich, ist das nichts Neues. Ja, leise Voraussicht. Ich lasse noch frische Luft rein. So. War ich Tire? Ja. Ja, ich kann diese scheiß Dreckskugel. Ich kann das alles nicht. Ja. Na ja, ist doch cool. Jetzt sehe ich lustig aus. Okay. Ah. Ah. Ey. Hä? Hä? Wir füllen nicht auseinander. So. Jetzt reicht's mir. Ich mach erst diese scheiß Kugel kaputt. Dass das klar ist. Ich fülle mir oben. Ist mir scheißegal. Ey. Ciao. Oder? Der ist tot. Oh. 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 Es läuft. Ich glaube, es läuft. Ja. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Da liegt eine alte. So. Schön. So. Es tut mir leid, dass ich jetzt jetzt ein bisschen komische Geräusche mache. Ah. Es ist. Wartet. Es läuft eben runter jetzt. Digger. Ja, wiss ich. So. Jetzt, schau mal. Schau, was wird. Die kann nicht kaffüt machen. Die kann nicht kaffüt machen. Aber nein. Okay, okay, warte. Ich habe vielleicht eine Idee. Vielleicht. Vielleicht habe ich eine Idee. Die muss kaffüt gehen. Wenn die dagegen kafft, dann hau ich zu. Ha. Scheiße. Ah, scheiße, scheiße, scheiße. Aber ist hier safe? Der stand ja auch hier. Ja, geil. Hä? Und da ist noch ein Feier. Digga, die geht einfach irgendwann kaffüt. Digga, und ich mache hier einen Stress, Alter. Ne, jetzt kommt eine neue. Dann fick ich euch. Okay, 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 alles cool. Okay. Guck mal, hier ist ein Hehl. Also, hier können jetzt ihr Alkügel rankommen. Ich sag, wie es ist. So. Schauen wir mal, was wird. Etwas Erstaunliches heraus. Geht. Schön. So, dann steht noch auch einer, die noch rein da. Oh, ja, 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 ja. Digga, wissen wir nachher, da soll zwei, diese Urnen, die Damage gemacht haben, da standen so Urnen rum, und die haben, die haben dann so Damage gemacht, während in der Nähe war. Digga, ich weiß ja auch nicht, was ich in der Nähe war. Oh, ja, ja, die sind hier nicht ohne, ohne Sinn. Oh, die könnte auch gehen, oder? Die sind ja doch nicht zum Schass. Die sind ja doch nicht zum Schass. Okay, vielleicht soll ich die anderen rühren lassen. Kartus... 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 Ölchring. Erhütige die Geschick. Geschicklichkeit. Erhütige Geschicklichkeit leicht. Oh, rollen unsicher. Welcher Ring? Achso. Kartus... Ölchring. Ölchring. Das geht nicht. Zeit für Rollen. Aha. Macht ihr euch lustig, war ich? Ja! Was denn was? Digga. Was geht, Alter? Ist ja unerwartet, unerlohnt. Das ist nicht in Ruhe. Digga. Gut, weiter geht's. Jo, hier ist ein Schalter, Digga. Da kommt noch eine Kugel, oder? Ja, ich bin ja nicht dumm. Dumm. Aha, da hinten steht ein Heinz. Jeder, da auch einer. Oh. Guck mal, hier, Jochen. Oh, der hat aber ein dickes Rett, oder? So, komm mal her, jeder. Ha! Zack. Oh, Digga. Hä? Jetzt schand ich mal. Kleine Titanitschere. Geil. Jetzt haben wir schon... Ja, schön, dass ihr Spaß seid, ihr kleinen Ratten. Äh, ihr hättet nur alle Sehnen. Ihr hättet nur alle Sehnen. Ihr hättet nur alle Sehnen. Ich erst mal viel durchhabe. Mit unter... unter 50 Toten. So, Freunde. Ich zeig euch, wo der Hör hin. Zwei. Ach, du Scheiße. Zwei. Zwei ist übel. Oh, nee, ist... Ey, warte. Komm mal her. Uli. Nein. Nein, nein, nein. Ja. Schönen, komm her. Komm her, komm her, komm her. Ja, 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 ja. Komm. Roll dich. Roll dich. Roll los. Was ist das denn? Nee, nee, nee. Oh. Was ist das? Ey, 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 ey. Tire. 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 So, Tire ist vorbei. Ich mach das mal außerhalb der Kamera, um ich zu liegen, oder? Das leuchtet alles runter. Was ist ein Tire? Tire. Tire. Ich mein Timer. Boah, die bringen mich alle noch um. Die bringen mich noch alle ins Grab. Ich roll mal die Dönerbox raus. Ey, die mieft so. Scheine. 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 Esperer. Das leuchtet. Mensch. Ich muss mich mal aus. Dönerbox. Ich muss mich mal aus. Ich muss mich mal aus. Alles gut bei euch? Wie geht's deinem Bauch? Boah, ja. So ein generes Unwohlsein-Gefühl. Sagt man das so? Oh, ihr knistert. Also, ist jetzt nicht Turbo schlimm? So wie bei dem Senf oder Mayo oder... Hey! Ich dachte, ich interrupte ihn. Krass. Hä, droppen die das zu 100%? Dann ist das ja... Oh Gott! Das war knapp. Dann ist das ja ultra guter Farm. Dann ist das ja richtig... Weil die respawn ja. Weil die... Also mit so einer heftigen... Mit so einem heftigen Schwert gehen die schon ganz gut weg. Hm-hm. Hm-hm. Hä? Nein. Nein, nein, nein. Ey, nicht die Räder, Boys. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Vorsicht vor links. Hä? Hä, aber muss man bei denen einfach nur abwarten? Hä, Digga, ihr seid so kaputt. Große. Digga, keiner mag Untote. Also, eben ist die einfach zerplatzt. Eben ist die einfach zerplatzt. Irgendwann. Aber das kann's ja eigentlich nicht sein. Kannst du nicht sein. Kann ich die anwisieren? Ich kann die... Ich kann die gar nicht anwisieren. Tja, was machen wir, Leute? Die geht nicht kaputt. Ich versuch, die jetzt mal zu hauen. Klasse. Okay, dann renne ich jetzt weiter. Ich habe ja anscheinend keine Wahl. Hä, das ist einfach ein Bonfire? Ich bin echt... Ich bin echt... Backpack, Digga, ich habe alles verpasst wegen meinem Steuerberater. Backpack, das war der Wahnsinn. Aber du hattest im Video gesagt, dass du eine Abstimmung machst und du hast keine gemacht, Digga. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, du nimmst das hier nicht ernst. So. S-Scaling. Nice. So. Fahresbohm. Nice. Fahresbohm. Nice. So. Fahresbohm. Wir können ja gerade ordentlich fahren. Gut. Dann gehen wir doch mal wieder hin. Alter, Backpack. Ich musste gerade 50 Milliliter Sauerkraut saufen. Und das hat mich ein bisschen mitgenommen. Deswegen bin ich gerade... Äh, 500, ja. Deswegen bin ich gerade ein bisschen dizzy, weißt du? Ich habe jetzt auch die Tür aufgemacht. So, jetzt ist hier so eine Kackkugel, Mann. Oh. Ratten. Da ist ne Riesenratte. Oh. Oh, da ist der Rattyp. Okay, wenn man erstmal... Da geht's auch lang. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Spieler? Ne, ne? Spieler? Ne, ne? Tschau Ich lock ihn mal vor die Kugel Digga, was knallt der mir rein? Ja, 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 ja Hier, 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 hier Hier, hier, hier Ja Okay, macht nicht so viel Damage Aber geht schon ab Ja, unterschätzt es man nicht Digga, da kommt die Fick-Ratte Von der Seite reingeslidet Die Scheiß-Ratte Richtig Drive-By Fuck 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das doofe Klebeband. Mann. Das ist die Folge, auf die alle gewartet haben. Ich sag, wie es ist. Hennu, pack den Bogen weg. Hennu, du bist so gut. Ja, ja, Hennu, ja, ja. Du bist so gut. Ja, ich bin auch nicht so gut. Pack den Bogen weg, bitte. Scheiß Räume. Digger, ich hau drüber. So. 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 Ha. Ha. Riesenratte. Alter, die Ratte! Die Ratte hatte ne Ratte im Maul. Die Ratte ist in die Ratte gebackt. So, Leute. Oh Mann, nicht die! Nicht die! Ich hab die ganze Zeit Paranoia, dass das Rad von hinten kommt. Äh, die Kugel. Fuck! Ja, ja, ja. Ja, gut. Das sind die Allerschlimmsten. Keiner kann den Saft entkommen. Oh ne! War noch so ne Scheiße! Wascht euch! Das wird einer mehr! What the fuck? The fuck, Alter? Ja, ich hab kein Feuer mehr. Müsste ich mal wieder ausrüsten, tatsächlich. Ja, ich hab kein Feuer mehr. Oh! Ah! Digga, diese Kugel macht mich wahnsinnig. Das ist so... Okay. Die Kugel stresst mich. Aber... Ich sollte nicht zulassen, dass sie mich stresst. Weil... Ich bin halt nur paranoid... sieht... dass sie... hier um die Ecke guckt. Aber es wird ja nicht passieren. Deswegen. Ich versuch die einfach... audio-technisch auszublenden. Mach ich weiter. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja? Ganz entspannt. Alter! Ganz entspannt. Ja, ey. Warte mal, ich hol mal die Fackel raus. Das... 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 Fuck ab. Ja! Naja, macht jetzt eigentlich einen riesigen Unterschied. Mann. Na doch. Stagger die halt durch. Aber manchmal hittet man die nicht. Weil die so unten sind. Sehste? Das rödelt hier lang, ne? Auf euch das lebt. Alter! Wie das zusammenbricht. Und schluss bei euch. Hehehe. Hehehe. Das war alles hier regelt von vorne. Ich weiß gar nicht was ihr habt. So. So. Es war 15. Ne, es ist 16. Chat-Nerd-Wang 15. Ja, aber es ist ja 16. Also es liegt der Chat falsch, tatsächlich. So! Ich seh halt die Hälfte nicht. Schauklick. Hehehe. Aha, da ist der Klops. Hehehe. Hehehe. Schauklick. Hehehe. Hehehe. Mein Gott. Ich kann noch nach Hause gehen. Hehehe. Was ein Tag. Huch. Hehehe. Ey, diese Klöpse hätten sich echt sparen können beim Game Design. Bin ich early, ey. Komm mal runter. Zack. Ah! Ne. Digga, er kann fliegen. Aber ist geiler für mich. Kann ich besser hinten. Ah! Na ja, so geht's immerhin, ne? Kartos Blutring. Kartos Blutring. Wehe, das war's jetzt nicht wert. Kartos Blutring. Verstärkt... Unbesiegbarkeit bei Rollen auf... Warum... Warum ist es so schwer, einfach zwei Zeilen Text zu machen? Verstärkt Unbesiegbarkeit bei Rollen auf Kosten der Abwehr? Mehr... Mehr... Mehr I-Frames. Hm. Das ist strong, theoretisch. Das ist strong. Aber... Wir halten wenig... Digga, wo kommen die her? Ja... Dass man die nicht hittet. Ja... Dass man die nicht hittet. Na gut. So, was ist jetzt hier mit der Kack-Rolle? Sind da noch mehr Klöpse? Ich hoffe nicht. Hier geht's hoch. Hier ist ein Item. Okay, er hier. Okay. Das ist halt so krass, dass die zu 100% so ein Ding droppen. So, was hier? Oh. Ich weiß, da war auch noch ein Gang. Alles gut. Moin. Ich dachte grad, hier kommt auch ne Kugel. Okay, die sind halt echt krass zu farben, ne? Oh, Asche eines Grabwächters. Jetzt können wir das bei der... Das können wir bei der Oma abgeben. Dann können wir mehr kaufen. Okay. Geil. Oh, guck mal da hin. Ist noch ein Dude. Digga, was war das? Hätte er sich auch nicht draufsetzen können? Mashallah. Oh, guck mal. Ha! So. Da hin so noch zwei, aber da... Nee, genau da war ich. Ja, ich erkenn's wieder. Was mit der Kugel? Oh, die Kugel zur Krabbe? Die Kugel ist weg. Warte, sag nix, sag nix, sag nix. Sag nix. Was ist grade passiert? Was hab ich grade gemacht? Was hab ich grade gemacht? Ich war da oben. Vielleicht war ich alle von diesen roten Augen in der Gegend gekillt hab. Ey, da war ja einer, der war nicht so'n... Was ist das denn? Digga, hier, Beyblade. Da war einer... Das war ein normaler Skelett, der so'n Hütchen hat und sich auch nicht wehrt. Und der war auch oben in diesem Gang. Bei der anderen... Ja, bei der anderen... Das war der, der, wenn man von der Treppe auch reinkam, rechts um die Ecke stand, wo die auch so'n Marker gemacht haben mit... Aber der hat ja nie was gemacht. Und der ist weggerannt. Stimmt, der ist ja das allererste Mal von mir weggerannt. Die haben sich legit... nie gewehrt. Ist deshalb die Kugel kaputt? Ich hab gar keinen Timer gespielt... äh gestellt. Oh, wir haben Raid. Von Peatsmeets, geil! Dankeschön, ihr Lieben. Freu mich aufs Event. Ich bin grade hier am Dark Souls 3 spielen und... Ich hab grade extra witzigerweise nicht in Chat geguckt, weil ich nicht gespoilert werden wollte. Hier war nämlich grad ne Mechanik, die hab ich nicht verstanden. Aber ich glaube... Ich hab's jetzt. Er hier, ne? Den hab ich runtergedübelt, oder? Der stand da oben. So, ich hoffe, er hat nen coolen Stream. Wir ballern hier Dark Souls 3 durch. Ne, ja, er hier! Hä? Ja. Genau, mit dem Zipfelhütchen. So, wo geht's denn jetzt weiter? Achso! Hier bin ich hoch. Kommt das aufs Gleiche raus? Hm. Ja. Wow. Krasser Geheimgang. Das ist heftig. Ihr habt grade den 15-16-Krieg verpasst, das stimmt. So, wo geht's denn jetzt weiter? Achso! Den Invade hier müssten wir noch versuchen, ne? Oh, ich hab nur 3. Ei, ei, ei. Kommt der jetzt nochmal? Oder war's das? Hab ich das jetzt verkackt? Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Werde ich jetzt nochmal invaden? Nee. Oh, doch. Digga, der one-shotted mich. Fast. Das ist komplett bescheuert. Und der hat... Was? Ey. Das ist doch nicht cool. Digga, ich bin halt selber auch zu fett. Boah, der ist ja überkrass. Nein! Oh, God bless. Ich hab ihn interrupted. Ja, mein Ausdauer. Meine scheiß Ausdauer. Hau zu. Hau zu. Der macht halt immer nur... Ah! Ich stagger den ja doch. Das ist nur, wenn er aufm Boden stampft. Ah, scheiße. Fuck, fuck, fuck. Okay. Jetzt Konzentration. Mhm. Hinter ihn. Hinter ihn. In ihn reinrollen. Jetzt. Wenn mich das hittet, bin ich tot. Dieser aufgeladene. Oh mein Gott. Wieso stackert ist sie manchmal und manchmal nicht? Nein! Fuck! Wenn er das Schild aufm Rücken hat, L2. Einfach nur L2. Geht noch einmal? Ah, ich hab ja... Ich hab ja... Wuh! Wuh! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! GG! Boah Leute, mein Magen. Also an die Pizza mit, Leute. Ich musste eben... Einen halben Liter Sauerkrautsaft wegorgeln. Seitdem geht's mir nicht so gut. Ich bin deswegen echt ein bisschen dizzy. Ringen des Ritterschlechters. Was ist denn das? Feinde verlieren mehr Ausdauer, wenn Angriffe abgewehrt werden. Was heißt denn abgewehrt? Ich glaub das Tape kann weg, oder? Ich hab vergessen, einen Timer zu stellen. Also wenn ich blocke... Verlieren... Feinde Ausdauer. Könnte für PvP ganz geil sein, oder? Boah, ich regenerier mich langsam. Aber nachher hab ich bestimmt so hart Durchfall. Andersrum, Henno. Ach! Wenn die Angriffe von mir abwehren, verlieren sie mehr Ausdauer. Ist das falsch übersetzt? Ist damit Poise gemeint? Dass man mehr Poise-Damage macht? Weil das ist ja dann völlig falsch übersetzt. Okay. Das ist glaub ich etwas... Weil jetzt sagen schon wieder Leute... Nein. Ring des Ritterschlechters. Wie heißt der auf Englisch? Da geh ich jetzt ins Wiki. Da hab ich keinen Bock mehr auf Schrödinger. So, und alle die jetzt Nein gesagt haben, und wenn's jetzt gleich Ja ist... Eine Woche Band. Night Slayer's Ring. Okay. Manchmal kack dir mein PC fast ab, Digga. Enemies lose 20% more Stamina when guarding attacks. Okay, wait. Sind die staggered, wenn die auf Null... Nee, wie ist das? Haben NPCs überhaupt Stamina? Was heißt das überhaupt bei NPCs? Stamina weg, Guard Break. Okay, warte. Nee. Okay, wait. Lass mich kurz... Kurz Pause? Theorie? Es gibt zwei Sachen. Einmal, wenn ich die haue. Und beispielsweise, die haben gar kein Schild. Und ich haue die, und dann sind die so staggered. Das gibt es. Das ist mit Poise Damage. Und dann gibt es, wenn ja da Leute blocken, dass die, wenn man mehrmals draufhaut, dann machen die so... Guard Break. Und dann kann man die kritten. Und das meint der Ring, right? Wenn ich Leute, die ein Schild hab, boxe, dass die eher ein Guard Break erhalten. Und man die dann kritten kann. Aber es hat nichts mit Poise Damage zu tun. Weil Poise Damage ist ja die Rate, ab wenn man einen Gegner mit Hits staggert, ob die Schild haben... Nee, also die kein Schild haben quasi. Ja. Gut. Okay. Backpack. Wir wissen jetzt übrigens, was Jepp ist. Ich hab mal gegoogelt. Ja, aber ist ein Scheiß-Ring, oder? Ich mein, wir können den mal anziehen. Der Silberschlangen-Ring ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Wette war bis 21.45 Uhr? Äh, war da wer? Oder... Ah ne, ist ein Spielalarm geflitzt. Einfach nackter Dude mit ner Keule. So, hier geht's weiter, oder? Hab gestern Abend aus Rage extra ein Video dazu gemacht. Oh! Yeah! Oh, Mashallah. Bitter, große Titanit... Feueriger Edelstein, okay? Oh, shit. Eka, wie die Brücke knarzt. Da oben ist vielleicht der Horace, kann das sein? Sieht so aus. Eigentlich müsste ich zum Bonfire gehen. Und... Eigentlich müsste ich zum Bonfire gehen und resetten. Aber... Och, ich fühl's grad. Das ist übel. Ehm... Ey, gut, dass mir... ...Hob Souls 3... ...nochmal in Erinnerung gerufen hat, dass ich L2 hab. Dank ihm... ...schlag ich mich besser... ...die Hängebrücke droht einzustürzen. Krass, das kann man so schreiben? War echt sehr knapp. Gelbes Käferkügelchen. Gelbes Kifferkügelchen. Hehehe. Ja, ich schau mir das Video trotzdem an. Backpack. Okay, die stehen alle auf, right? Die stehen alle auf. Ich sammel die... Oh. Oh. Erstmal einer. Komm, raff dich. Oh, zwei. Hoppala. Hehehe. Hier, der. Nicht? Der. Ne? Der. Und stehen die auf. Steht auf. Steht auf. Hallo. Hä? Alter, ihr seid solche Spackos. Ne, Spackos sagt man nicht, ne? Das ist, äh, Synonym für Spaß, ne? Sorry. Muss ich mir abgewöhnen. Ihr seid... ...kleine... ...kleine... ...kleine Lümmel seid ihr. Hebel ziehen. Hehehe. Ich muss resetten. Ich hab ein Estus. Wenn ich da einen Fuß rüber setze, stehen die alle auf. Das ist doch so ne typische Murmelbahn hier. Nee, ist es nicht. Was ist die Wette grad? Hä? Hä? Oh. Oh. Jetzt hab ich's gecheckt. Das ist da, wo der Typ mich invaded hat. Okay. Duty. Geil. Nice. Wichtig. Gut. Gut, 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 gut. Dann level ich jetzt ein Level. Was leveln wir, Leute? Wieder Ausdauer? Also, Kondition? Nicht so Kondition, oder? Ja. Was leveln wir, Freunde? Musik zu kalt. Turm im Hub für neuen NPC. Am Ende der Brücke ist ein Bonn... Ja, entspannt euch mal. Sowas braucht ihr mir nicht schreiben. Kannste aus... Kannste... Ja. Ich glaube, wir ballern jetzt ein paar Mal echt Ausdauer bei Gefühl. Aber ich wette, es gibt später einen Ring, der mir eh Ausdauer boostet. Ich weiß nicht. Oh, bevor ich level... Tu... Die Asche. Was gibt's? Nochmal mehr Gnade? Ne, äh, nicht Gnade. Glut. Hm. Okay. Was kennen wir? Kennen wir? Kennen wir? Kennen wir alles? Federfeil ist, glaube ich, neu. Ansonsten... Den haben wir, ne? Aber der ist nicht ausgegraut. Kann man anscheinend unlimited kaufen. Was kam denn dazu? Wahrscheinlich hier so ein bisschen was. Okay. Das hier vielleicht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall nichts, was jetzt irgendwie... Verlockend aussieht, sag ich mal. So. Sit down. Ah, ich hab einen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Geil. Leuchtfeuerstufe 5. Nice. So, dann leveln wir jetzt einmal. Ja. Ne, wir können auch den anderen Bogen boosten. Ja, nicht schlecht. Ich glaub, das machen wir. Schön entspannt. Den Bogen boosten. Ja. Und jetzt? Okay. Also der langen Bogen ist besser. Weil... Also der Faresbrung ist halt besser, wenn man auf Geschick geht. Ah, guck mal, er hat viel weniger Base Damage. Aber mehr Reichweite, aber ja. Äh, Scaling ist halt besser, aber das macht sich erst bemerkbar, wenn man mehr hat. So, dann der Talisman. Ja, den booste ich jetzt noch. Kaufe ich die? Eigentlich wasted. Ich krieg die da so zu Haufen gedroppt. Geht das? Hab ich genug? Ja. Ähm... Ich glaube, ich würd jetzt abwechselnd Glaube und Kondition machen die ganze Zeit. Weil dann geh nochmal ein bisschen Damage. Damage ist besser als Schaden. Ne, ihr wisst. Der Tor machen wir wann anders. So. Geh mal wieder hin. Hätte ich gar hört auf mit Brunnen. Haha. Zwei Glaube-Eigenkonditionen immer, ja. Hey Hanno, du wurdest von Grog nominiert. Hast du ein Favorite Song? Würde dich gerne überraschen. Boah, ich weiß nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust. Ähm... Ich hab nen Favorite Song. Ich hab nen Favorite Song. Aber ich bin sehr gespannt, was... Was das mit dir macht. Ich weiß ja nicht, was du... Also... Kein Plan, was das Anliegen ist. Brunnenlevel. Mein Favorite Song ist... Ähm... Also ich hab jetzt nicht den einen Favorite Song. Aber... Welcher auf jeden Fall immer geht... Ist äh... Sons of... Sons of Winter and Stars. Ja. Oder Time. Beides von Wintersun. Ah, was war jetzt nochmal? Ah ja. Alles gut. Bin in 20 Minuten wieder da. Okay, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. So. Und laufen. Auf. So, da ist jetzt wieder gut was los, ne? Okay. Ich geh direkt, glaub ich, beim Shotcut jetzt lang. Zack. Abfahrt. So. Jetzt stehen noch hier ein, zwei auf, right? Äh... Das sind ja wirklich zwei. Zack. Setzt euch. Sonst war hier keiner am Start, ne? Das ist... Das ist... Das ist nicht real. Das ist... Die liegen hier nicht ohne Grund. Das ist keine Deko. Guck mal, wie der in der Luft liegt. Das ist keine Deko. Die stehen auf. Die Frage ist, wann? Die Frage ist... Wann? Wenn ich auf der Brücke bin? Ach, guck mal, er. Scheiße. Kommt der rüber? Den mach ich mal lieber weg. Den mach ich mal lieber weg. Schau. Schau. Er ist nicht tot. Hä? Fucking Geschiss. Der ist nicht tot. Ich hab keine... Ich hab keine... Dings bekommen. Ich glaub ich mach das lieber wieder. Ich hab keine Seelen bekommen. Der fällt noch. Das ist Scam. So. Ich geb wirklich... stark davon aus, dass die wahrscheinlich spawnen, wenn ich die Brücke betrete oder so. Was geht hier? Oh. Das ist sie schon wieder. Nein. Hm. Hm. Ja, dann muss ich den finden, oder? So, ich... Oh, guck mal da unten. Was geht denn da? Ich würd mich jetzt droppen lassen, glaub ich. Das ist The Horus bestimmt. Guck mal. Man betritt die Brücke. Dann reißt die Brücke. Man fällt runter. Überlebt aber den Jump, weil der ist so... Scripted. Oder den Sturz, besser gesagt. Guck. Guck mal. Guck mal. Gab es nicht... gab es nicht da irgendwie so ein... Was war das nochmal? Nee, ne? Könnte man nicht irgendwie so Sachen testen?! Das sieht nach Boss aus. Das sieht safe nach Boss aus. Okay, warte. Was geht hier? Kann ich hier irgendwie kaputt holen? Oh, hier kann ich... Drop... Lol. Okay. Oh, ah, so das ist meiner. What the fuck, Alter. Also wer so eine Brücke runter slidet... Okay, aber wo sind wir jetzt, Alter? Das sieht nach Murmelbahn aus. Oder? Okay. Ja, ja, ja. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Ich wusste, dass das passiert. Aber ich war eigentlich... Ach, scheiße, Mann. Okay. Gut. Habe ich irgendwas, was ich noch werfen kann? Ich schieße ihn komplett weg, ist mir scheißegal. Nee, ich glaube nicht. Gott, ich habe vor dem ein bisschen Schiss. Bin ich ehrlich. Okay, ran dann, Inspekt, ne? Digga, ein Skelett. I can't believe you. Der hat den umgebracht. Digga, wie der Riese von Elden Ring. Trink, trink, trink! Ich wusste, da kommt noch einer. Ich habe gehört, wie da die Steps kamen. Ich habe mir gerade fast eingeschissen. Weil ich wusste, von hinten kommt ein Skelett. Ich habe die Steps gehört. Okay. Das mit dem Drop-Ding. Ey, man kann den wahrscheinlich übel clean spielen. Einfach runterlören. Dann hochrennen bei der Treppe. Droppen. Wie der Ziegenkopf... Ziegen-Dings-Boss. Bei Dark Souls 1, ganz unten. Da, am Anfang. Wie heißt der? Wie heißt der? Capra Demon. Genau. Okay, hier geht es noch weiter runter. Okay. Oben ist eine Kiste, sagt ihr. Digga, also würde man das für sich allein spielen, man würde so viel verpassen, ne? Tatsache. Man muss sich immer krass... Völlig. Wenn ihr allein spielt, Leute. Wenn ihr blind zum Beispiel... Übertrieben krass. Umschauen. Ungeheuer voraus. Oh Gott, hält der viel aus. Oh Gott, hält der viel aus. Meine Ausdauer. Scheiße. 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 Digger. Digger. Was ist das für eine Hitbox von dem? Wäre geil, wäre jetzt einfach so nach hinten weggeklappt. Oh. Oh. Hä? Noch was? Oh. Sieht aus wie ein Katana oder so. Oh, ich habe noch die Fackel. Also, der Kopf ist safe, damit man Loot häufiger findet. Boah, super lucky. Der Helm war Glück. Ah, das war ein Rare Drop, was zusätzlich kommen kann. Krass. Schwarzklinge. Yo. Ah, die ist ja kurz. Hm. Nicht so mein Stil. Ja, cool. Verbessert die Seelenaufnahme von gefallenen Gegnern, sowie das Finderglück. Seelenaufnahme auch. Guck mal, Finderglück. Ah, da bin ich jetzt gerade drüber. 220 ohne. 109. Und deutlich mehr Balance. Kostet HP pro Sekunde. Ach du Scheiße. Ja, dann schnell aufziehen, wenn man einen Boss gelegt hat. Ich sehe einfach oben mein Leben runter ticken mit dem Ding. Crazy. Hm. Das wäre jetzt eigentlich ein Moment, wo ich gerne resetten würde. Ach, wir kommen ja erst noch zu Horace, ne? Sag mal, wir haben ja erst einen Bonfire. So. Ich sag euch mal, was ich denke. Das ist ein Bait, den hier zu Drop-Shotten, Digga. Weil dann ist man unten. Dann stehen alle auf. Und dann ist man in einer Sackgasse. Weil das ist der einzige Weg, wenn mich Skelette killen können, ist wenn die mich overwhelmen. Stehen die auch auf, wenn man daneben schießt? Oh nein. Oh nein. Die stehen wieder auf. Ja, warte mal. Also bei Dark Souls 1 ist es so, wenn Skelette sterben, also wenn man ganz am Anfang bei diesem Friedhof da weiter rennt und runter, da gibt es diese Dudes, die die immer wieder auferstehen lassen. Die muss man killen. Aber, wenn man ne Faith-Waffe, glaub ich, hat, oder Blitz oder so, dann killt man die auch so. Dann bleiben die liegen. Vielleicht ist es die ganze Zeit so, ohne dass ich's weiß, dass ich die die ganze Zeit dauerhaft töte und normalerweise würden die die ganze Zeit aufstehen. Na komm. Oh geil. Steht der wieder auf? Nein. Steht nicht wieder auf. Mehr? Der steht wieder auf. Man muss die zweimal killen? Muss man die einfach zweimal killen? Ich hatte die Dudes ja auch mit'n Bogen gekillt. Hab ich vergessen. Es gab ja Dudes, die ich mit'n Bogen gekillt hab. Das ist doch so ne Murmelbahn hier. Guck mal, der hat leuchtende Augen. Ist das so ein Erkennungszeichen dafür, dass der zweimal gekillt werden muss? Wenn der jetzt aufsteht und keine leuchtenden Augen hat. Oh. 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 Hm. Ja, stimmt, ich kann einfach darauf achten, ob ich Seelen bekomme oder nicht. Aber die Logik dahinter... So, hier ist doch Murmelbahn, oder? Oh. Oh. Ich, aber es irritiert mich, wie stirbt der wer? Okay. Höh! Oh Gott. Warte mal, ist hier PvP-Gebiet? Nein. Okay. So, warte, bevor wir da weitergehen, hier nochmal geradeaus. Hexenring. Hexenring? Von Angmar, Digga? Wo ist der? Ich seh' ihn nicht. Da. Versteckt Pyromantie enorm. Hm. Okay. So, ist es das Leuchtfeuer vor Horus? Weil safe muss man den killen. Ah, Falle? Nein, 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 nicht schon wieder. Nicht, dass man da festhängt oder so. Guck mal. Guck mal. Schweelender See. Da schießt wer! Was ist das? Vorsicht vor Falle. Das sind riesige Ballisten. Lohnt aber. Hä? Von Säule zu Säule. Von Baum zu Baum. Von Level zu Level. Ich höre. Von dann gegen den Baum, ne? Ja. Hier ist irgendein Vieh. Oder? Ich höre doch ein Vieh. Immer drei. Es sind immer drei. Ne. Nein. Digga, was? Okay, ich muss erstmal die Lage checken. What the fuck? Kann ich das hier fighten? Digga, was ist das für eine perverse Kombination? Digga, die Folge. Okay, das ist ja Mindblowing. Spawnt ihr überall im See? Wenn man zu tief reingeht. Es ist nur rhetorisch. Ihr solltet es nicht beantworten. Es ist nur so, ich frage mich das nicht. Aber große Titanin schärfen. Also es lohnt. Guck mal, da ist ne Hülle. Oh ne, alter. Guck mal, da ist ne Hülle. Loll. Da haben wir jetzt schon einige von. Ich wette, ich komm jetzt irgendwie so hoch und kann die kaputt machen. Lol, noch eins. Okay, aber hier könnten so Riesenkrabben rauskommen oder so. Das könnte ein Bait sein. Fuck. Richtig. Da ist Horus. Okay, und da sind Leute gestorben. Ist der Darkness so mäßig? Hat der Mates? Tod wird benötigt. Tod wird benötigt. Von ihm. Von ihm, nicht von mir. Hör mal. Hier sterben alle. Fuck. Ja. Okay. Ich mach lieber den. Oh, lol. Oh, der kann parryen, wa? Nein, nein, nein. Na komm. Mach das Schild weg. Ich hab keinen Bock, dass du mich parryst. Huch. Sehr gut, danke. Oh nein. Okay, ich hab ihn. Okay, sein Schild. Sein Schild. Sein Schild. God Gamer, oder? Ist der schwer? Warum sterben hier alle? Ich hab mir halt schon gedacht, wenn der so ein Schild hat mit ner Dings, dann parryt der bestimmt viel, oder? Könnte ich mir vorstellen. Oder ist der nicht so schwer? Weil hier halt so viel tot sind. Der ist nicht schwer. Richtiges Kid für ihn. True. Na gut. Ja, ich glaub, also mit so nem Ding stacker ich den halt durch, ne? So was hier. Schatz. Digga, sowas nervt. Ich downvote das. Schlecht. Genau davor. Und dann ist es nicht mein Schatz. Das ist... Das ist doch... Essen. Nee, ging Y nicht. Geil. Einsam. Ja, jetzt muss ich hochziehen, oder? Geil! Alter, wir haben jetzt schon einige. Okay. Gut. Hier nichts sagen. Ja, theoretisch ist das jetzt so ein Moment, wo ich eigentlich ins Wiki geh, was ich am... Also weil... Ey, hands down. Ne Quest in Dark Souls oder Elden Ring richtig absolvieren ist einfach... Das erste Mal Blind ist einfach nur random. Ist pur Luck. Einfach ausprobieren. Und in seinem zweiten Run weiß man's. Oder probiert's anders aus. Ähm... Aber theoretisch belesen. So, es ist einfach random shit. Die Quests. Absolut wahr. Ja, es ist so. For real. Ja, es ist so. Ich mein... Sind an sich cool, weil... Ach du Scheiße. Was? Hallo? Ja. Das ist gefährlich, oder? Du brauchst mich ehrlich. Yes. Komm. Mach was. Ich darf mich nicht... Von den Ballisten da... Jawoll. Geil. Boah, ist das ein Getöse! Nur alle hier die Fresse halten! So. Was ist, wenn ich genau drunter bin? Beide viel zu leise. Ja, ist ja echt schade. Was ist, wenn ich genau drunter bin? Also entweder sterbe ich jetzt. Oh, zwei. Ja, bitte nur eine. Bitte nur eine. Das sind drei, ne? Hab das gesehen? Hallo? Hätt' ich mich getroffen, wär' ich vielleicht tot. Hätt' ich mich getroffen, wär' ich vielleicht tot. Die machen übel Schaden. Ja, ihr wieder am Gamble. Sucht' ich's. So. Zack! Zwei Minuten. Die können Große droppen! Zu wieviel Prozent, Chat? Ihr seid gefragt. Und nicht beide. Ja, ja, ja. Hä, ich baller den Baum gleich kaputt. Fünf. Droppen. Oh. Schwung. Ja. Oh. Okay, stop. Fuck! Boah, Dicke! Es ist um, Zeit ist um, Zeit ist um, Zeit ist um. Ist das scheiße, so letzter, mein Gott, ich glaube ich schieße dir ein bisschen an. So das Ding umboxen, dann bricht ihr alles zusammen, kann das sein? GG, war aber echt spannend. Nee, ich glaube es lohnt nicht. Na wobei, jetzt hätte ich ihn abballern können. Naja. Geil, wichtig, wichtig, wichtig. Ey, da ist Ausdauer wirklich wichtig. Ist der Krebs mit Geld, Jo. Nee. Nee. Ich konnte nicht so richtig abschätzen, wo jetzt die Ballisten waren. Hä? Hä? So, hau ich das Ding jetzt kaputt. Das ist so suspicious. Nee, geht nicht. Digga, das Orgelt mir so die Ohren weg. Hallo. Hallo. Komm bitte her. Komm bitte her. Ja. Scheiße. Nee, lohnt gar nicht. Lohnt gar nicht. Hier ist ne Wand. Da war ne Wand. Scheiße. Oh fuck, Alter. Scheiße. Das war der falsche. Das kann nicht sein. Was ist wieder gewesen? Ja. So, Leute. Oh. Zwiebel. Also. Ja, ja. Ich hab ein bisschen, ich hab ein bisschen, äh, geguckt, was so in der realen Welt abgeht. Ähm. Oh, Herr Jens. Was geht? Okay. Also. Ich hab gerade echt gemerkt, dass ich gut geschafft bin. Ne? Wenn man mal so aufsteht und den Raum verlässt und ein bisschen frische Luft schnappt. Ähm. Ähm. Ich bin gut drained. Ähm. Oh. 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 Und, äh. Äh. Dementsprechend würde ich jetzt, glaube ich, für heute erstmal Schluss machen. Stündchen eher. Und. Äh. Oh. Oh. Ich würd euch mal zu Area N schicken. Laster schöne Grüße. Ähm. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Ich mach dann die Zwiebel zum Start vom nächsten Stream. Weil ich glaube, dann brauch ich echt nicht mehr rausgehen, Alter. Und dann lieber wieder frisch reinkommen. Ja. Gut gelaunt. Und mit Energie. Und so weiter. Also. War Banger Session. Digga. Wir haben... Oder mal... Wir sind auch gut vorangekommen. So ist es nicht. Und, äh. Achso. Ich mach nochmal einen Tod mehr. Genau. 24. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi. Also. Tschüssi. Wachstuh